Weil da kam man eben an, was pfeifst du heute für eine Scheiße? Und da habe ich gesagt, das, was du jetzt spielst, spiele ich noch nachts um drei besoffen. Hast du als Schiri gesagt? Ja, ich habe als Schiri zu ihm gesagt. Das war natürlich irgendwie das Gute zu viel. Phrasenmeer Der Fußball-Podcast mit Kai Tramann Und heute heißt es Anpfiff für den besten Schiri Deutschlands. Anpfiff für Phrasenmeer Teil 2 mit Manuel Gräfe. Und der legt hier und jetzt nochmal einen lupenreinen Auftritt hin. Da brauchen wir keinen großartigen Videobeweis, da brauchen wir auch keinen Audiobeweis oder so. Der Manuel Gräfe, der liefert im Phrasenmeer einfach echt stark ab. Du hörst heute einen sehr gelassenen und fröhlichen Manuel Gräfe und du merkst, der Mann, der liebt den Fußball einfach. Und während du dir anhörst, was Manuel Gräfe so alles erlebt hat, warum er zum Beispiel mal Arjen Robben auf dem Platz einfach links hat liegen lassen, da wird vielleicht schon immer deutlicher, diesen Manuel Gräfe, den werden wir noch alle ganz schön vermissen in der Bundesliga. Die Folge heute, das ist echt ein bunter Mix. Heute ist es echt ein vielseitiges Gespräch. Es geht unter anderem um den Betrüger-Schiri Robert Heutzer, der mal Spiele manipuliert und verpfiffen hat und von wem am Ende überführt wurde? Genau, vom Gräfe. Denn Manuel Gräfe, der hat damals in Berlin gegen Robert Heutzer so ein bisschen ermittelt, als er feststellte, da läuft doch was schief. Am Ende, ja, da stand der große Heutzer-Skandal. Es geht heute auch um Schiri Baba Grafati, der mal versucht hat, aufgrund des ganzen Drucks in der Schiedsrichterei sich das Leben zu nehmen. Und heute erleben wir am Ende von Folge 2 eine kleine Überraschung. Naja, sagen wir mal eine große. Denn Manuel Gräfe, der stellt keine persönliche Top-11 auf, wie es sonst so im Phrasenmäher üblich ist. Der hat einen ganz anderen Vorschlag. Und dadurch hören wir noch eine Menge geiler Anekdoten. Da wird es dann richtig schräg, das verspreche ich dir. Das geht es am Ende. Und jetzt, klar, beginnen wir erst mal mit dem Anfang, wie auch sonst. Viel Spaß im Phrasenmäherland. Viel Spaß im zweiten Teil mit Manuel Gräfe. Lieber Manuel, Wolfhuss ist hier. Hallöchen. Wir haben ganz häufig miteinander zu tun gehabt. Also er, ich mit dir und fühlte mich als Kommentator immer in den besten Händen. Wenn du was gepfiffen hast, dann war es halt so. Und es war zu 99,9 Prozent. Richtig. Eine der für mich besten Schiedsrichterleistungen eigentlich in meiner kompletten Laufbahn passierte vor drei Jahren, vier Jahren. Es war in jedem Fall Bayern gegen Dortmund. Es ging heiß her und es gab einen Ruhepol auf dem Platz. Und das warst du. Jede Entscheidung saß. Die Gemüter waren erhitzt. Du hast die Protagonisten immer wieder beruhigt. Und ich sagte den Satz oder ich versuchte dir etwas in den Mund zu legen. In dem Moment, Habibis, beruhigt euch. Ich weiß schon, was ich hier mache mit deinen 2,40 Meter Körpergröße und alle Spieler sind zurück ins Körbchen geruscht. Wir haben uns mal bei einem Sportbilderwart, glaube ich, war es über eine Stunde über dieses Spiel unterhalten. Mir sind so ein paar Einzelteile verloren gegangen. Also nicht von dem Gespräch, sondern von dem Spiel. Das scheint es mir wirklich wert, dass du es nochmal erzählst, wenn du es zusammen bekommst. Das wäre sehr schön. Alles Liebe, lieber Manuel Habibi Gräfe. Bis dann. Ja, das war schon ein besonderes Spiel, weil normalerweise kommt es in den Spitzenspielen meist auf eine Szene an. Also in anderen Spielleitungen, steht die Spielleitung mehr im Vordergrund, gerade zum Beispiel so bei Abstiegsspielen oder so. Sehr umkämpfte Spiele, da muss man eine gute Linie finden. In den Spitzenspielen, die laufen eigentlich meist, weil die Mannschaften Fußball spielen und dann kommst du auf die eine Schlüsselszene an, Elfmeter, ja nein, abseitsberechtigt, gelb oder rot bei irgendeiner Szene. Aber das Spiel hatte es wirklich in sich, das war Dortmund gegen Bayern und das muss man echt sagen, das war schon ein Brett, vielleicht eins der schwersten Spiele so in Gänze und hat sich dann hinten raus alles als richtig oder vertretbar aufgelöst. Ja, da haben wir uns schon sehr gefreut, also das ging wirklich darum, Elfmeter ja nein für Lewandowski damals, war minimaler Kontakt, hat da gleich versucht einen Elfer zu ziehen, reichte aber mir nicht, habe ich auch so eine Geste gemacht, die ich ja oft gemacht habe, so kleinen Abstand zwischen den Fingern, sage ich so, okay, kleiner Kontakt, aber reicht mir nicht und dann ging es auch viel um Abseits, also gerade Markus und Guido hatten überragende Assistenten, er hatte überragende Entscheidungen, kann mich noch so ein Bild erinnern, an Dortmund glaube ich auf und davon zog und man sah so Hünes im Schnittbild, wie er sagte, nee, zählt eh nicht, wird zurückgeholt, VRA und war dann doch richtig. Dann gab es noch Elfmeter für Dortmund nach einem Foul Neuer Reus, was ich eigentlich nicht mag, wenn so ein Stürmer einfach den Ball zur Seite spielt und auf den Kontakt wartet, ist eigentlich für mich eher kein Elfmeter, habe ich auch danach mit Niko Kovac lange darüber gesprochen, weil wir ja auch zusammen mal früher in einen Verein gekickt haben mit Robby, mit seinem Bruder ja sogar in einer Mannschaft viele, viele Jahre und er sagte, Manu, ja, ich kann das verstehen, deswegen gibst du, aber gerade du als Fußballer, du weißt doch, den wollte er nur, das ist kein Elfmeter, der zu dir passt und er sagte, stimmt, da fehlt auch nicht viel, dass ich ihn nicht gegeben hätte, aber die Vehemenz, mit der Neuer rauskam und mit dem Tempo, mit dem er ihn weggeräumt hat, dann mit dem Körper, war zu entscheidend, als jetzt dann wiederum das Recht ja auch von Reus, den Ball nicht Richtung Tor zu bringen, sondern einfach nur zur Seite zu legen. Also den wollte er schon, den hat er clever sich geholt, aber es war auch ein klares Foul, weil Neuer zu ungestüm rauskam und dann mit dem Körper Reus abräumte, aber es waren alles komplexe Situationen, nicht einfach zu lösen und hat mir viel Spaß gemacht, wurden wir so als gesamtes Team für auch gelobt, hat uns sehr gefreut, gerade in so einem wichtigen Spiel, es war wichtig für den DFB und für die Liga auch, es ist ja Werbung für den Fußball dann auch, wenn da so ein Spiel 3-2 ausgeht, ich glaube Lewandowski, zwei Tore wegen Absatz noch aberkannt, also es ging wirklich hin und her, alles knapp, alles richtig. Perfektes Spiel gibt es trotzdem nicht. Also ich würde sagen, wenn ich so zurückschaue, war das ein sehr, sehr schwieriges Spiel, wo nahezu alle Big Points eigentlich richtig waren und trotzdem gibt es in jedem Spiel, auch in diesem gab es Situationen, wo man sich hinterher jetzt nochmal anschaut und sagt, okay, das hätte ich jetzt vielleicht auch so machen sollen oder diese Situation hättest du mit dem Spieler anders lösen können. Also es gibt kein perfektes Spiel, aber das war schon, wo ich sagen muss, da waren wir alle gefordert und haben eine ganz überzeugende Leistung gebracht. Kannst du dich an all deine Bundesligaspiele erinnern? Nee, viele fallen mir mittlerweile sogar. Ich kann komischerweise viele Szenen, kann ich mich nur erinnern, weil man sie so abspeichert, man sagt das immer so als Referenzszene, um auch sie im 2-2 wieder hervorzuhören und sagen, okay, da hast du entschieden. Wurde auch so eingeordnet von der Schiedserkommission, passt auch so fußballerisch, passt vom Kontext her, ist die Linie, passt auch zu anderen Entscheidungen von Schiedsrichtern, dass man da so auf einer Linie ist. Nee, alle nicht, dafür waren es jetzt dann doch zu viele, aber viele, viele und auch manchmal sehr kuriose Einzelsituationen. Das schwerste Spiel war eigentlich mal so in der Türkei, Türkei gegen Ukraine. Da hatte ich glaube ich 10 oder 12 Strafraumsituationen, wo man alle hätte, aber nicht müssen, aber vielleicht können und Elfmeter geben können und in Konya, weiß ich noch, musste man nach Istanbul fliegen und dann von Istanbul nach Konya weiter. Sehr muslimisch. Wo ist Konya? Ja, genau, das ist eine Militärbasis, wusste ich auch damals gar nicht, sogar von der NATO, mitten im Zentrum in der Türkei und da brannte echt das Stadion und sehr, sehr intensives Spiel. Heiß, sehr intensives Spiel. Die meisten richtig, richtig schwierigen Spiele waren eigentlich alle international und manchmal an kuriosesten Orten, auch Montenegro gegen, glaube ich auch Ukraine oder Russland, war auch mal ein ganz krasses Spiel. Oder Türken gegen Griechen, auch ein schwieriges Spiel gewesen. Panathinaikos gegen Fenerbahce, das sind aber auch die Spiele, die mir richtig viel Spaß gemacht haben, wenn du so richtig gefordert warst. Aber nach diesen Spielen bist du dann mental auch wirklich alle und du hoffst, dass alles gut ausgegangen ist. Also gerade, wenn dann so viele Szenen waren, wie jetzt bei dem Spiel der Türkei und Ukraine, dann denkst du so, okay, hoffentlich passte das. Ich habe dann, glaube ich, für jede Mannschaft ein Elber gegeben. Sicherheitshalber. Könnte man jetzt so sagen, aber nee, war nach meiner Überzeugung so, die haben dann auch 2-2 gespielt, hat vielleicht dazu beigetragen, dass entspannt das muss wie er war. Aber das war schon ein sehr, sehr intensives Spiel und da hätte man bestimmt auch Szenen auch wirklich auch anders entscheiden können. Aber hinterher war eigentlich halbwegs alles okay. Ich glaube, eine Szene hat der Beobachter dann anders gesehen, aber so ist es halt. Inwiefern hat sich dann so eine Kulisse auch mal beeinflusst? Ja, immer angespornt. Also Schiedsrichter haben ja nur Auswärtsspiele. Also die Jungs in der Bundesliga haben 17 Heimspiele, 17 Auswärtsspiele. Du hast halt nur Auswärtsspiele. Das ist halt so. Und keine Fans. Und keine Fans. Ganz im Gegenteil, ja. Aber das sagen Spieler ja auch oft so, dass wenn sie Auswärtsspielen, sie das sogar manchmal noch mehr motiviert. Und so ging es mir auch so. Voll fokussiert, motiviert zu sein, tolles Stadion. Ist einfach eine tolle Atmosphäre. Wenn dann so ein Hexenkessel brennt, ob jetzt in der Bundesliga oder in Südeuropa, in vielen Stadien. Das ist aber eben doch Fußball, das ist Emotion, das ist Leidenschaft. Das ist das, wofür man es eigentlich dann auch gerne gemacht hat. Und das ist auch das, was mir fehlen wird. Das waren immer schöne Erlebnisse. Wurz, würde ich mal irgendwann brennst du nicht auf dem Platz? In der Bezirksliga. Hier in Berlin? Ja, Hallenturnier. Da war eine Mannschaft, glaube ich, nicht mehr ganz nüchtern. Und da hatte ich, glaube ich, in zehn Minuten irgendwie zwei Gelb-Rot und eine Rot. Das war eine der wenigen Songs, wo sie in der Halle mal Gelb-Rot gab. Da dachte ich dann irgendwann, jetzt ist es nicht mehr weit. Da kam der Tränen auch schon auf mich zu. Die Fahne roch, glaube ich, über zwei Meter Abstand. Da dachte ich so, okay, das wird spannend jetzt. Aber die haben sich noch am Zaun gehalten. Viele haben auch gefragt, warum ich mich nicht abgebrochen habe. Aber nee, wir haben es zu Ende gebracht. Aber das war das... Zumal du ja, wie wir von Chris Kramer wissen, stark am Glas bist. Also du hast da ja auch ein bisschen Verständnis. Ja, nee, also dann spielen und das ist eher schwieriger so. Wie alt warst du da? Bezirksliga. Anfang 20. Also die ganzen Spiele in Berlin fand ich auch hoch anspruchsvoll. Also gerade auch nach der Wende. Weiß ich nicht, Anna Dulluspor gegen Ransdorf. Anna Dulluspor war interessante Mannschaft, aber nicht ganz einfach zu führen. Und dann hat mich der Ansitzer da mal hingeschickt und dann lief das und dann habe ich da vier, fünf Spiele fast hintereinander gepfiffen und dann sagt der irgendwann Präsident von Anna Dulluspor, ja, du bist ja ein Guter, aber die können ruhig auch wieder andere schicken. Also das dürfen auch andere wieder kommen und sich trauen. Aber mir haben all diese Spiele unglaublich viel Spaß gemacht, die so einen besonderen, auch schon fast so gesellschaftlichen Reiz haben, wo man sagen kann, da muss man vermitteln, da muss man managen. Die haben mir immer besonders viel Spaß gemacht. Das Gefährlichste war eher, wenn es irgendwie so 3-4-0 stand, 5-0 stand, und da war ich am meisten gefährdet, auch mal richtigen Bock zu schießen. Wenn er dann die Konzentration nachlässt, dann musst du dich extra selber nochmal pushen und das war eigentlich das Gefährlichste. Wenn du hochfokussiert warst, passiert ist eigentlich weniger. Da musst du dir dann selber ein bisschen in den Allerwertesten treten, um wirklich konzentriert zu bleiben. Da war ich eigentlich eher gefährdet, nochmal einen Bock reinzusetzen. Ein sicherlich sehr besonderes Spiel war das Relegationsrückspiel 2015 KSC gegen den HSV. Der KSC führt 1-0, dann pfeifst du einen Freistoß für den HSV. Dias trifft, Van der Vaart steht daneben. Der HSV rettet sich dann in der Verlängerung noch und Raphael Van der Vaart hat jetzt eine Frage an dich. Hallo Manuel, erstmal Glückwunsch zu deiner großen Karriere. Dass du jetzt aufhörst, ist schade. Finde ich eben auch sehr, sehr gut. Und ich habe eine Frage für dich. Du warst natürlich bei vielleicht mein schwerstes mentales Spiel dabei. Nachher fandest du das noch immer einen Freistoß, das du da gegeben hast. Wir waren glücklich, weil wir haben nur das 1-1 geschossen und dann noch in extra time das 2-1. Aber das war schon schnell und aus meiner Sicht gut gefiffen. Hast du das Spiel auch nochmal zurückgeguckt? Ja, das war für alle, glaube ich, ein besonderes Spiel. Ich wollte ja als Schiri nie im Mittelpunkt stehen und wenn du das nach so einer Entscheidung tust, dann bin ich nie zufrieden. Egal, ob jetzt richtig oder falsch. Ich will einfach meinen Job machen und am liebsten in Ruhe nach Hause fahren und die sagen, hast du gut gemacht und das war's. Insofern ist sowas natürlich immer genau das Gegenteil von dem, was ich wollte. Und ich habe es halt so gesehen, ich habe es so bewertet. Ich war danach wirklich in der Kabine erstmal ein bisschen schockiert über die Fernsehbilder und dachte so, hey, wie kannst du dich so täuschen gegen angelegten Oberarm? Aber dazu muss man wissen, genau über Upseids auch, so jetzt bei diesem Videobeweis. Du hast halt nur eine bestimmte Anzahl an Bilder pro Sekunde und am Anfang dachte ich wirklich, das ist klar falsch. Und da war ich auch ein bisschen schockiert und entsetzt, dass mir dieser Wahrnehmungsfehler in so einem wichtigen Spiel unterlaufen ist. Aber ich habe es halt so wahrgenommen. Ruben Hennings stand auch neben mir, der hat das auch ähnlich gesehen. Der von Sportcast kam nach den 90 Minuten und sagte, ja, war Hand. Deshalb war das ja auch am Anfang kein Thema. Also die Karlsruher dachten ja, okay, es war Hand, ist halt so. Weil erst nach dem Spiel fing das so an, auf einmal so eine Dynamik zu nehmen, weil es dann eben hieß, ja, ist eigentlich eher unberechtigt. Wenn ich jetzt die Bilder von Fotografen gesehen habe, die ja viel mehr Bilder pro Sekunde schießen können und man wirklich genau sieht, wann der Ball auch eben nach unten zurückprallt, dann finde ich es eben dann doch wieder eine richtige Entscheidung, weil er eben den Schuss aufs Tor geblockt hat damit. Er wusste, das ist ein Querpass, er wusste, er schießt da aufs Tor. Er hatte beide Arme auf dieser Seite und er hat letztendlich den Schuss damit geblockt. Aber ich kann auch verstehen, wenn es jemand anders sieht, wenn jemand sagt, das ist halt so eine Entscheidung, die ist nicht schwarz oder weiß. Wenn jemand sagt, ja, mag sein, aber das ist mir trotzdem zu nahe Entfernung und das ist eine Drehbewegung für ihn natürlich. Für mich war sie nicht natürlich in der Form, wie sie ausgeführt war. Er wusste, der Schuss geht da aufs Tor, da stand das Tor, er hat den Schuss geblockt und deshalb fand ich es für mich eine richtige Entscheidung. Aber ich kann auch verstehen, wenn es jemand anders sieht und sagt so, ja, es reicht mir trotzdem nicht und das war für mich eher falsch. Das ist eben im Fußball so, da muss man auch andere Meinungen akzeptieren. Da sieht man eben auch die Macht der Bilder und vielleicht auch mal den Vorteil, den der Video-Weiß gebracht hat. Ich glaube, dadurch hat man jetzt gesehen, wie komplex so eine Schiedsrichterentscheidung auch ist. Früher hieß es immer so, ja, das ist falsch oder das ist richtig. Und jetzt haben alle mal gesehen, wie kompliziert sowas ist und ganz ehrlich, ich habe auch früher schon manchmal in Medienberichten gedacht, wo ich kritisiert wurde, das war doch aber anders auf dem Feld und auch alle Spieler haben es auf dem Feld anders wahrgenommen. Wurde ich aber für kritisiert, fand ich aufgrund der Fernsehbieder nachvollziehbar, aber mein Eindruck auf dem Feld war ein anderer. Aber das ist immer eine Frage der Perspektive ist. Umgekehrt hatte ich aber auch Glück. Manchmal habe ich auf dem Feld gedacht, oh, da ist aufgrund der Spielerverhalten falsch entschieden. Man hat ja so eine Rückmeldung auch so über Nachverhalten von Spielern. Und dann haben sie auch am Fernseher gesagt, ja, ist richtig. Manchmal bist du vielleicht zu Unrecht da attackiert worden, manchmal zu Unrecht unterstützt worden. Und es gibt eben die Macht der Bilder. Und ich glaube, jetzt hat Ernst-Huber der WDR-Reporter schon vor 40 Jahren mal so einen Test gemacht, vier Kameraperspektiven. Und in dreien denkst du, der schlägt den siehst du, da sind zehn Zentimeter Abstand zwischen dem Kopf und der Faust. Wenn du die vierte aber nicht hast, sondern die zeigt gerade den Trainer, dann denkst du, in drei Zeitlupen hat er den klar geschlagen. Und genauso ist es auch mit Faul oder mit Hand. Es ist halt immer ein Blickwinkel, den es irgendwie wiedergibt. Aber es gibt nicht die ultimative Wahrheit. Das ist vielleicht auch das Hauptproblem vom Videobeweis gewesen, wie er eingeführt wurde, dass alle dachten, jetzt gibt es so die absolute Gerechtigkeit. Jetzt gibt es nie wieder einen Fehler. Das ist eine Hilfestellung, aber mehr nicht. Was hätte denn der Video-Schiri Gräfe, dem Schiedsrichter Gräfe damals geraten? Gar nichts, weil das ist eben auch eine Entscheidung, die vom Videobeweis und vom Video-Schiedsstaat gar nicht untersucht wird. Es war ein Freistoß. Es war eben kein Strafstoß. Also wäre es ein Strafstoß gewesen, dann wäre es überprüft worden. Und das muss man auch so fair sagen, es war eben auch nur ein Freistoß. Es war keine rote Karte, es war kein Strafstoß. Irgendwie habe ich mal gehört, ich weiß gar nicht, ob es stimmt, dass der HSV die ganze Saison keinen direkten Freistoß verwandelt hat. Und das war dann der erste, das ist dann auch Murphy's Loch. Den hat ja auch Van der Vaart nicht geschossen, sondern Dias. Den hat auch nicht Van der Vaart geschossen. Ich will ja den Hamburger diese Illusion und den Glauben nicht nehmen, aber dieses Tomorrow, my friend, habe ich jedenfalls nicht gehört. Ist nicht gefallen? Es kann ja auch sein, dass ich es überhört habe in dem vollen Stadion. Ich glaube einfach, dass Van der Vaart den Ball sich eigentlich hingelegt hatte und Dias dann halt einfach sah, dass der Torhüter an der Ecke stand und einfach schlitzohrig den Ball einfach schnell mal gelöffelt hat mit überschaubarer Geschwindigkeit, aber halt die Situation am schnellsten erfasst hat. Wer weiß, wenn Van der Vaart geschossen hätte und er wieder drüber gegangen wäre, dann würden wir heute über diese Szene nicht reden und nie wäre das irgendwie Thema gewesen und trotzdem weiß keiner, wie das Spiel in den nächsten vier, fünf Minuten ausgegangen wäre. Aber so ist halt der Sport. So ist es halt dann so. Damit musst du leben, auch als Schiedsrichter, dass du dann kritisiert wirst und ich danke ja heute immer noch Sepp Blatter, dass er am nächsten Tag zurückgetreten ist, weil 24 Stunden war ich schon irgendwie Thema von Sendersendungen und das war nicht so schön und dann trat er zurück und dann war die mediale Berichterstattung eine andere. Und ich danke auch damals noch Kolinas Erben, der Alex Feuert, der das ja jetzt auch für Sky macht, der war der Erste und Einzige, der sich am nächsten Tag damals hingestellt hat gegen diesen Mainstream. Der hat gesagt so, nee, Moment mal, das ist eine Entscheidung im Graubereich, kann man, muss man nicht. Ganz ehrlich, das war der Erste und Einzige, der sich da so hingestellt hatte, der das so differenziert erklärt hat, so wie er es, finde ich, auch heute noch macht. Aber ansonsten war das öffentliche Urteil eigentlich, wie ich das noch nie zuvor erlebt habe, dass offenbar eine ganze Nation wollte, dass ein Verein absteigt. Also solche Vehemenz hast du sonst nie, sonst hast du irgendwie bei Dortmund oder Bayern, hast du die für Dortmund oder die für Bayern oder du hast die für Augsburg oder für Freiburg. Aber da war das, bis auf die Hamburg-Fans, glaube ich, alle wollten, dass der das vorhin nicht mal absteigt. Bin auch noch zurückgefahren an dem Abend, habe mir viele Gedanken gemacht auf der Fahrt, war echt erst enttäuscht, entsetzt und dann kamen aber nachts schon Bilder und dachte ich so, okay, Moment mal und zumindest kann ich es jetzt nachvollziehen, warum ich es so entschieden habe und möge sich jeder sein eigenes Urteil darüber machen. KSC-Spieler Jonas Meffert, der damals den Schuss geblockt hat, HSV ist, der hat eine Frage und dann merkst du, es ist was ganz Versöhnliches, da ist keiner mehr. Großartig sauer auf dich. Hören wir rein. Moin Manuel, hier ist Jonas Meffert. Liebe Grüße aus Hamburg. Das passt ja zu unserer Vergangenheit. Wir haben uns ja vor kurzem erst gesehen und ich hoffe auch wirklich, dass du weiter pfeifen darfst, dass du das noch da irgendwie hinbekommst, weil ich es echt schade finde, wenn so ein guter Schiedsrichter wie du, wenn der jetzt nur wegen seinem Alter nicht mehr pfeifen darf. Deshalb hoffe ich einfach, dass wir uns bald wieder auf dem Platz sehen und meine Frage hat nichts mit dem Fußball zu tun, sondern ja, der Guido Klebe ist ja oft dein Assistent gewesen und er kommt auch aus meinem Heimatort. Da frage ich mich, ob er dich schon mal eingeladen hat zu uns nach Rösrad und ob du, ja, ob es dir gefallen hat. Ja, also ich war schon mal in Rösrad. Guido wohnt sogar gegenüber von so einer Gaststätte dort, die wir dann besucht haben. Warst du wieder in Glas? Ich habe eine Pause gemacht, nicht damit du reinfällst, sondern nein, wir waren essen und nein, es ist ein sehr netter Ort und Guido hat sich da auch schön gemacht. Ich glaube, da kann man sehr, sehr gut leben und der schwärmt auch immer davon und hat mir auch immer berichtet, dass er mit Jonas Meffert da Kontakt hat und aufgrund der Vergangenheit war das natürlich immer was Besonderes und der Kreis schließt sich ja hier wirklich paradoxerweise, dass ausgerechnet er jetzt dann beim HSV spielt und dann der Manager Tod ging auch zum HSV. Das ist schon paradox manchmal, aber so ist Sport, das gehört eben auch dazu und wir haben uns in Kiel letztens nochmal gesehen beim Spiel und da ging es ja auch darum, ob Kiel nur ein Dritter wird oder der HSV und dann kam es ausgerechnet in der Nachspielzeit wieder zu einem Handspiel von einem Kieler und der drehte sich um Nein, bloß nicht wieder. Da habe ich gesagt, nee, diesmal ist für mich wirklich keine Absicht und dann musste ja auch lachen und keiner hat verstanden, warum nach dieser Entscheidung nach 95 ich lachen musste. Manchmal gibt es schon kuriose Situationen, die sich doppeln. Ich hatte auch zwei Kopfstöße, glaube ich, innerhalb von wenigen Wochen damals, Streit und Meier und dann nochmal in Rostock gegen Pauli, glaube ich, beim Pokalspiel. Das gab es 15 Jahre lang nicht und dann zweimal in wenigen Wochen und jetzt danach auch wieder 15 Jahre lang nicht. Das ist schon manchmal kurios, was so im Sport passiert. Du warst auch damals Schiedsrichter, als Heiko Herrlich gegen Gladbach eine kleine Schweibe hingelegt hat, ne? Er hat es weggerutscht. Im Pokalspiel. Meinst du? Naja, ist gut. Das erinnerte mich damals auch ein bisschen an Streitmeier. Als Albert Streit, damals für Köln gespielt hat und Norbert Meier, der Trainer war, in Duisburg und sich hat fallen lassen. Wenn Spieler gerade erst die Seiten gewechselt haben und das noch so kennen mit voller Emotionalität und vollem Einsatz dabei sind und gewisse Automatismen auch vielleicht haben, die sie viele Jahre an den Tag gelegt haben auf dem Platz, dann ist es halt drei Meter neben der Seitenlinie nicht auf einmal in einer emotionalen Situation abzustellen, glaube ich. Die verhalten sich dann halt wieder so und darf man aber auch nicht so ernst nehmen und wissen ja auch alle. Also Albert Streit und Meier, damals gab es ja auch Diskussionen, warum ist der Streit auch vom Platz gestellt worden. Es war aber halt so eine Phase, wo damals Volker Roth, der Ex-Boss, gesagt hat, wir haben zu viele Rudelbildungen. Da müssen wir gegen vorgehen und wer auch immer eine Rudelbildung auslöst, geht auch wegen grob unsportlichem Verhalten vom Feld. und das hat wunderbar funktioniert. Das gab dann irgendwie mal in so vier, fünf Spielen entsprechende Sanktionen für Spieler beider Mannschaften und dann hörte das auch schlagartig auf. Also da ist so ein Schiedsstaatwesen auch gefordert, gegen so moderne oder Trends gegenzuwirken und deshalb ist damals dann eben Streit, weil er halt rausgegangen und es den provoziert hat und die ganze Situation mit ausgelöst hatte, eben genauso vom Feld gestellt worden wie eben Meier als Trainer, aber Meier hat eben dann drei Monate bekommen und hat ja seinen Job darüber verloren, das hatte schwere Folgen für ihn und ich glaube, ich streite ihm dann eben doch nur ein Spiel, weil man gesagt hat, okay, aber dieses Verhalten wollen wir halt nicht mehr, diese Rutelbildung wollen wir nicht mehr sehen und der Bundesliga schadet dem Fußball auch. Was schießt dir durch den Kopf? Du schmunzelst, du lachst. Nee, naja, das ist halt so, das ist halt Teil der Geschichte, da kommen mir gerade wieder die Erinnerungen zu dem Spiel auch hoch und zu einzelnen Szenen und danach in der Kabine und die Aufgeregtheit, warum der jetzt auch und dann den Sonderbericht zu schreiben, das zu dokumentieren und du darfst halt dann kein Interview geben zu Sachen, die sozusagen Sportgerichtsverfahren nach sich ziehen und da wäre es halt auch gleich gut gewesen, wenn man gleich begründet hätte, ja, das ist dieses Jahr die Anweisung, aber da hat sich viel getan, also das muss man ja auch mal sagen, die deutschen Schiedsrichter sind die einzigen, glaube ich, weltweit, die noch Interviews geben dürfen. Da ist auch noch Volker Roth zu verdanken, der hat immer gesagt, wir wollen Versöhnlichkeiten haben, also könnt ihr euch bitte auch hinstellen und eure Entscheidungen erklären oder eben verteidigen oder auch sagen, wenn ihr einen Fehler gemacht habt, das ist bei UEFA nicht erlaubt, dass Schiedsrichter sich äußern, FIFA nicht, in anderen Ländern nicht und das verdankt man immer noch Volker Roth, dem XX sozusagen Chef, der hat das durchgesetzt und das finde ich auch richtig und gut so und rund ums Spiel kann man sich so äußern, wie man möchte, aber eben das Einzige, die einzige Ausnahme ist eben zu Sportgerichtsurteilen nicht oder zu Sportgerichtsverfahren, deshalb konnte man es damals nicht erklären und jetzt diese herrliche Geschichte war halt auch so eine kleine Anekdote, da mussten ja alle eher schmunzeln drüber, das ist dann so ein plumper Versuch gewesen, aber das wusste er in dem Augenblick auch selber, das war ihm glaube ich jetzt dann selber auch schon peinlich fast und es ist ja dann auch irgendwie von allen Seiten vom Tisch genommen worden, alles Gute. Jetzt sprechen wir über den Umgang mit Druck, über den Umgang mit besonderen Szenen, wir haben in Phrasenmäher Teil 1 auch schon über den Fall Baba Grafati gesprochen, dein Schiedsrichterkollege, der sich im November 2011 vor der Partie Köln gegen Mainz versucht hat, das Leben zu nehmen, wie hast du das damals erlebt? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wo mir diese Nachricht übermittelt wurde, ich weiß nur, dass ich schockiert war und aufgrund der Vorgeschichte auch dachte, okay, hat das doch nicht aushalten können und war nur froh, dass das dann überlebt hatte so erstmal, das war das Erste und dann wurde ich ja ein Jahr später auch zum Spiel in Köln angesetzt und das war in Köln passiert und im gleichen Hotel gebucht, okay, das war jetzt kein Vorwurf an die Zentralverwaltung, das macht man so aus dem Autotismus heraus, aber das war für mich unvorstellbar, ins gleiche Hotel zu fahren. Dann wurde dann ein anderes Hotel gebucht, dann habe ich halt da den Abend verbracht, am Vorabend aber so angespannt war ich selten in meinem Leben, also vielleicht vor dem Pokal ein Spiel positiv angespannt, aber da war ich wirklich negativ angespannt, es war einfach eine besondere Situation, jetzt Köln gegen Gladbach in der Situation, da hinzufahren, zu wissen, er hat eine Woche vorher versucht, sich da das Leben zu nehmen und dann war das irgendwie ein angespanntes Wochenende, das ist ja auch kein Wunder und als ich dann die Tasche gepackt habe vor dem Spiel, da ist mir wirklich so eiskalt den Rücken runtergelaufen und da dachte ich so, jetzt hat er sich gerade, muss man ja so deutlich sagen, in die Badewanne gelegt und die Pulsarren aufgeschnitten, das fand ich so krass, das habe ich nie vergessen und da habe ich mir gedacht, das darf sich Nini wiederholen. Du meinst den gleichen Zeitpunkt dann, also als du? Genau, als ich die Tasche gepackt habe und dann irgendwann runterging, hatte er das ja die Woche vorher genau zu dem Zeitpunkt gemacht und das fand ich krass und ich kam auch unten an und da sagten auch die Jungs so, ey, der Manuel ist okay, da war ich schon auch ein bisschen bleich. Edgar Steinborn war damals unser Beobachter und der kam eben damals schon ins Hotel, was nicht so üblich war, holte uns ab, begleitete uns und für den, der hat das gemerkt mit all seiner Routine, es spielt jetzt dieses Spiel heute eigentlich gar keine Rolle, sondern eher das Führen, Begleiten von Menschen. Der hat uns jeglichen Druck genommen, der hat uns super begleitet, hat das wirklich perfekt gemacht, muss man sagen und auch nach dem Spiel kam er an und hat kein Wort über das Spiel verloren. Er hat gesagt, und jetzt gehen wir in die Altstadt, da sind wir wieder und trinken ein. Die haben wir wirklich gemacht, ich war eigentlich so okay, aber das war... Ich sag dir nichts so. Nein, das war wirklich ein besonderes... Das bist immer du. Ja, okay, ich habe wirklich jetzt hier so volles Trinker-Image. Du hast keine Galle, stimmt das? Das stimmt wirklich, ja. Deshalb vertrage ich auch nicht mehr. Das war so eine Folge dieser einen Operation. Also das war krass und dann haben wir da wirklich das Spiel Spiel sein lassen, obwohl es gar nicht so einfach war, Köln gegen Gladbach. Also Poldi war in Hochform, hat schon am Anfang in Köln so versucht, zwei, drei Freistöße zu ziehen, die ich ihm nicht gegeben habe. Beim dritten hat er den Ball einfach dann in die Hand genommen und gesagt, jetzt ist es aber Freistoß, aber wir sehen jetzt erst recht nicht. Da gab es Freistoß gegen Köln wegen Handspiel. Da tobte Poldi und der FC und da habe ich gesagt, ey, was soll der Scheiß? Und auch Sascha Rieter kam vor dem Spiel an und schaute mir so in die Augen. Die gucken ja dann, ob du jetzt Schwäche zeigst, ob sie da nachgehen können. Cleveres Böschchen, Sascha immer gewesen, schaute mir in die Augen, ja Manu und, alles okay? Und wollte so gucken, ob ich irgendwie angefasst bin, ob ich irgendwie, da sind die schon sehr clever und gehen dann nach. Dann haben sie gesagt, nee, alles okay, du weißt ja, jetzt wird groß drüber geschrieben und in drei Wochen ist eh wieder alles normal. Da sage ich so, ja stimmt, wird es wahrscheinlich sein. Kurz ist Betroffenheit da und alle tun so, als ob sie was ändern und ob sie dann wirklich was ändern, werden wir sehen, aber der Glaube war scheinbar bei ihm nicht so besonders groß, aber er wollte mich auch mal abchecken, also vor dem Spiel. Wie bist du drauf? Muss ich fairerweise sagen, musste ich ein bisschen überspielen, weil ich war schon ein bisschen angespannt. Edgar hat das überrang gemacht, aber es ist eben auch so, das ist eben einer dieser alten Generationen, mit denen ich selber noch als Kollege früher auf dem Feld stand und diese alten Schiedsrichter, das waren alles Typen, Persönlichkeiten, alle auch ein bisschen anders, ob Helmut Fleischer oder Knut Kircher, das waren alles Typen und Persönlichkeiten. Deshalb verstehe ich auch nicht, wenn jetzt so ehemaliger Schiedsrichter aus dieser Generation dann dieser neuen Generation diese Persönlichkeit so nehmen wollen, verstehe ich nicht. Und wenn sie genau das, was sie früher selber gestört hat an der Politik, dann auf einmal selber so machen, das ist das, was ich so überhaupt nicht verstehe. Du bist jetzt nochmal bei Krupp und Pfande. Ja, weil ich jetzt wieder an die alten Leute denke, so die älteren Schiedsrichterkollegen, das war wirklich, als ich in die Bundesliga kam, das war so, wir waren wirklich wie das 19. Team. Jeder hat seinen Job gemacht, alles Typen, aber wenn wir auf dem Lehrgang zusammen waren, kamen wir zusammen, haben uns ausgetauscht, konnten wir private Dinge reden. Da hätte keiner versucht, jenseits des Feldes an dem anderen vorbeizukommen, sondern jeder hat versucht, auf dem Feld zu glänzen. Und auch das hat sich in den letzten zehn Jahren verändert. Jetzt wird kaum noch privat gesprochen. So alle sind vorsichtig geworden, wie im Berufsleben. Das habe ich übrigens auch zwei, drei Jahre zu spät kapiert. Ich dachte immer noch, das ist so, alle, wir sind eine Einheit, auch nach dem Wechsel zu Funnel Krug. Und wir sind eine Einheit, wir verstehen uns gut und wir können uns mal austauschen und nicht, dass vielleicht schon mal ein privates Gespräch dann irgendwie als Vorteil versucht wird zu nutzen gegen einen. Und das hat sich sehr verändert. Wir waren wirklich früher das 19. Team und auf einmal wurden das alles doch, oder nicht alles, das ist falsch gesagt, es gibt immer noch gute Leute. Ich sehe das so bei den Älteren und ich sehe wieder viele richtig gute Junge. So ich persönlich habe so mit der mittleren Generation ein bisschen Probleme gehabt so mit deren Einstellungen, deren Perspektiven, aber man sieht eben Sachen auch mal anders. Interessanterweise sehen das eben doch viele Trainer und Manager so. Die sehen die gleichen Schiedsrichtertypen kritisch, die ich auch kritisch sehe. Der Helmut Krug war DFL-Schiedsrichterbeobachter, Herbert Vandl war DFB-Scherichef. Du hast beide, da hatten wir in Teile 1 schon kurz drüber gesprochen, in einem Tagesspiegel-Interview 2017 dann ordentlich angezählt. Du hast unter anderem gesagt, es ging zu oft nach Gusto, nicht nach Leistung. Die beiden haben sich ihre Schiedsrichterliste so zusammengebastelt, wie sie es wollten. Ging es da in erster Linie nur um den Fall Rafati oder gab es da auch andere Beispiele? Meine persönliche Wahrnehmung war so, bestimmte Leute mochte man mehr, andere weniger und dann hat man versucht, das Ergebnis zu forcieren, was man haben wollte. Ich habe mal ein Interview von Ralf Fährmann in Erinnerung gehalten, als er auf einmal richtig gut gehalten hat, für Journalisten überraschend, schien mir so, warum sind sie auf einmal so gut? Man sagt ja so, ich spüre endlich das Vertrauen des Trainers und es gibt mir Selbstvertrauen und das ist natürlich im Sport wichtig und das ist auch für jeden Schiedsrichter wichtig. Und wenn du dann Leuten das Selbstvertrauen nicht gibst oder die Zustimmung nicht gibst oder sie vielleicht sogar anders behandelst als andere, dann schafft das ein Ungleichgewicht und das macht natürlich dann manche wirklich schwächer. Da habe ich halt gemerkt, dass manche schlechter gemacht werden, als sie sind. Für denen zum Beispiel. Und dann, ja nehmen wir jetzt Guido Winkmann zum Beispiel, mal ein guter Freund mittlerweile von mir, weil ich damals dann mitbekommen habe, aber er ist durch die Zeit geworden. Vorher kannten wir uns gar nicht so. Aber ich habe ja dann festgestellt, dass er in einer Art und Weise angegangen wurde, die nicht korrekt ist, so auf Leergängen und das war ähnlich wieder wie bei Babak vorher, aber auch andere so. Und dann ist natürlich klar, wenn du dann nicht sozusagen die Sicherheit hast, dann machst du auch irgendwann Fehler und das ist bei ihm passiert und da war es mal, glaube ich, kurz oder knapp, dass er dann auch vielleicht die Bundeswehr verlassen sollte und vielleicht war das auch der Plan. Und dann hat er sich aber gerüttelt und geschüttelt und auch gewehrt und siehe da jetzt, wo er wieder ohne diesen Gegendruck pfeifen konnte, hat er in den letzten drei, vier Jahren richtig gut gepfiffen und gezeigt hat, dass er auch ein guter Bundesliga-Schiedser sein kann. Das war so ein Beispiel, oder Bibi eben so, die eben jahrelang in der zweiten Liga, er muss schon fast sagen, versauert. Obwohl sie wirklich mit ihrer guten Art, Kommunikation, Führungsstärke, Spielmanagement, die Spiele gut geleitet hat, hatte halt nicht wirklich eine Chance, in die Bundesliga zu kommen und das ist unfair einfach, ungerecht. Und da sind andere aufgestiegen, die waren jetzt auch nicht besser als sie. Wie wurde da mit ihr umgegangen? Nicht korrekt, muss man so formulieren. Was heißt das im Klartext? Ja, es gibt so persönliche Gegebenheiten, aber die kann ich jetzt hier auch wieder, um andere Leute nicht mit reinzuziehen, nicht zitieren, nicht bringen. Aber es war eben so, dass man nicht korrekt mit ihr um ist. Sie war damals dann erste in der zweiten Liga und da war sie top für zum Lehrkommen, war erste und ist dann trotzdem nicht aufgestiegen. Da gab es keinen Grund und dann wurde halt im Zweifel, wenn man jemanden will, sagt man nach einem guten Jahr, oh, der hat sich aber super entwickelt, den nehmen wir jetzt, selbst wenn er im Jahr davor nicht so gut war. Oder man sagt, wenn man jemanden nicht will, wir nehmen immer die Zweijahreswertung und deshalb aufgrund der Zweijahre können wir sie nicht nehmen. Bibi hat ihre Leistung gebracht und letztendlich würde ich schon auch sagen, war das eine Mischung aus dann, weil Reinhard Grindel DFB-Präsident war, weil, muss man auch sagen, öffentlicher Druck aufkam, auch hier über die Zeitung mit den vier Buchstaben. Bild. Ja, Bild. Also es war schon so, dass diese Mischung aus allem dann dazu beigetragen hat, intern ein paar sie unterstützt haben, so, aber die entscheidenden Leute wollten eigentlich erst nicht und dann kam es zum Wechsel zu Fröhlich und dann Grindel eben und dann ist sie endlich auch mal aufgestiegen und hat ihre Chance bekommen. Und wenn man halt früher hörte, was für Sprüche sie ertragen musste, die waren schon nicht in Ordnung und sie hat sich trotzdem durchgesetzt. Was sind das für Sprüche? Ja. Sie hat sich trotzdem durchgesetzt und ich bewundere so ihre Hartnäckigkeit und ihre Zielstrebigkeit, es dann trotzdem zu schaffen und sich durchzusetzen. Und natürlich hat sie auch Fehler gemacht, sie ist auch nicht fehlerlos wie keiner von uns. Ich nicht, sie nicht, keiner, aber sie hat die Spiele gut gemanagt, sie ist verdient in die Bundesliga aufgestiegen und sie hat bewiesen, dass sie Bundesliga Spiele pfeifen kann und es sollte einfach um eine faire Chance gehen. Und das war halt bei diesen ehemaligen Führungskräften nicht der Fall. Die haben halt die Leute nicht gleich behandelt. Aus meiner Perspektive ist meine persönliche Wahrnehmung und wenn es dann in den grenzwertigen Bereich geht, so auch wieder bei Leuten, wo es dann persönlich wird, dann war das die Mischung aus, eben, dass es nicht in der Leistung geht, dass die Leistungen schlechter wurden und eben, weil schon wieder Leute, wo ich so dachte, wo ich mir Gedanken gemacht habe, da habe ich dann eben dieses Interview gegeben, um Transparenz zu erzwingen, dass man dann genauer hinschaut, dass es halt dann nicht mehr so leicht ist. Du hast es angesprochen, Lutz Michael Fröhlich rückte dann auf in die Führungsriege, ist jetzt noch DFB, Schiri Boss und Andi Rettig, den wir in Teil 1 schon mal gehört haben, hat dazu eine durchaus charmante Frage. Ja, lieber Manuel, Andreas Rettig aus Köln, du hast die Möglichkeit, mit Herbert Vandl und Helmut Krug einen sünftigen Skatabend zu verbringen oder mit Lutz Michael Fröhlich beim feinsten Italiener in Berlin einen Abend zu verbringen. Ja, wofür entscheidest du dich? Momentan würde ich sagen, weder noch, aber grundsätzlich ist es immer, ja mein Ziel nicht gewesen, dass ich Leute persönlich angehe oder dass man sie entfernt, dann würde ich ja genau den gleichen Fehler begehen, den sie begangen haben. Es ging mir immer darum, dass irgendwie sich ein System ändert und dass vielleicht auch Menschen mal reflektieren und wie man nicht reflektieren konnte nach einem Selbstmordversuch eines Menschen, der sie noch deutlich in die Verantwortung auch dafür genommen hat, also es hat Babak jedenfalls gesagt, verstehe ich halt nicht, wie man nicht reflektieren kann und sich darüber Gedanken machen kann. Am liebsten hätte ich mich mit allen mal ausgetauscht und zwar offen und ehrlich, aber wahrscheinlich ist es besser dann immer unter vier Augen, weil dann ansonsten spielt jeder vielleicht auch eine Rolle. Ich habe das ein oder andere wirklich nicht verstanden, auch muss ich ganz ehrlich sagen, wieso man so handeln konnte nach all den Vorkommnissen, die schon waren. Bei Herbert und bei Helmut, ich habe ja gar nichts gegen sie persönlich, ganz im Hintergrund, ich habe sie beide immer als Schiedsrichter Kollegen sehr geschätzt. Es ging halt um die Führungsart, um die Art und Weise, um die Leistungseinstellung, die halt fehlte und bei Lutz Fröhlich ist es halt auch so. Ich bin halt auch da enttäuscht, muss ich sagen. Ich hätte mir da mehr erhofft, dass es jetzt dann endlich mehr nach Leistung geht und dass außer den sonstigen Entwicklungen, die ja durchaus positiv waren in unterschiedlichen Bereichen und auch gerade von der Kommunikation her ist das sehr gut gewesen, aber im Kern hat es sich halt nicht geändert. In der Sache an sich hat es sich halt wirklich wenig geändert und das ist halt so ein bisschen schade und das verstehe ich nicht. Ich verstehe auch, dass man, glaube ich, wenn man ein gewisses Alter kommt, sich auch nicht mehr ändern kann oder es umso schwerer fällt. Vielleicht ist das auch der Grund. Aber grundsätzlich wünsche ich mir ja nicht immer, dass wenn man sich austauscht im Dialog, dass man aufeinander auch eingeht. Ansonsten kann man ja nur einen Monologe halten. Dann redet jeder für sich und dann geht man wieder auseinander. Daraus lernt man ja nichts. Es geht ja darum, dass man Dialoge führt und das Argument, das anderen irgendwie auch aufnimmt und man muss ja nicht vielleicht immer sofort sagen, ja okay, aber dass man darüber nachdenkt und vielleicht irgendwie nur einen Punkt mit aufnimmt, wo man sagt, ja, ist ja vielleicht doch nicht unberechtigt gewesen. Und natürlich würde ich auch von denen gerne hören, ja, was ist jetzt konkret gewesen? Was hat die an mir gestört? Ruf sie doch an. Ja, der Zeitpunkt ist jetzt, glaube ich, verpasst. Ich habe das Gesprächsangebot hundertmal unterbreitet. Ich habe auch hunderte Gespräche geführt, jetzt gerade mit Lutz. Bestimmte Sachen im Vorfeld immer wieder angesprochen, die dann genauso eingetreten sind oder wo ich dann gedacht habe, nee, das müsste mal sich endlich ändern. Aber wie gesagt, das ist meine persönliche Einschätzung. Ich muss da ja auch nicht richtig liegen. Das ist meine persönliche Einschätzung, deckt sich aber mit vielen Kollegen und das unterschätzen die immer so. Die denken immer so, ich wäre der Einzige. Dabei rufen mich unglaublich viele junge Schiedsrichter an und sagen immer, danke, Manu, dass du das sagst. Sag ich, aber warum bin ich immer der Einzige? Warum nicht ihr? Du siehst doch schon, was sie mit dir probiert haben und du bist einer unserer Besten. Wenn sie es mit dir probieren und so umgehen, was meinst du, was sie mit uns machen würden? Deshalb sagt da keiner was und rufen mich halt alle immer an, sprechen mit mir unter vier Augen, vier Ohren, auf Lehrgängen, in Telefonaten, klagen auch manchmal ihr Leid, aber trauen sich dann doch nichts zu sagen, weil, muss man auch ehrlich sagen, mittlerweile geht es um viel Geld, wollen alle dabei bleiben und es geht natürlich auch um den Spaßfaktor. Sie wollen halt auch in der Bundesliga agieren und das dann sozusagen für die Sache selbst Opfer zu bringen und vielleicht zu gefährden, das ist nicht jedermanns Sache und wenn ich jetzt so die Entscheidung wieder sehe zum Videobeweis für die neue Saison, fällt mir halt auch wieder auf, dass es eher Leute sind, die eben nicht politisch so nah bei den Leuten sind oder regional oder die auch mal eine eigene Meinung haben und die dann auf einmal komischerweise als Helfer, als Afer vom Videoschiri auf einmal nicht mehr dabei sind, nur weil sie vielleicht mal ein Typ sind oder auch Assistenten oder die dann als Assistenten aus der Bundesliga verschwunden sind, bei denen fällt es halt nicht so auf, aber die gibt es halt auch und davon gibt es viele, viele Geschichten. Was redest du denn jungen Schiedsrichtern heute? Ja, wenn du Karriere machen willst, ist das relativ klar, dass du dich sehr zurücknehmen musst und ganz ehrlich, als ich jung war, habe ich es ja auch nicht gemacht. Steht der mir auch nicht zu. Es ist ja wie in einer Mannschaft, wenn du jung bist, heißt es auch erst mal einfinden, ankommen, lernen, besser werden. Aber von Führungsspielern muss man irgendwann mehr erwarten und genau so erwarte ich das von Führungsschiedsrichtern, dass sie Verantwortung übernehmen und dass sie natürlich auch, ich nenne es mal gesunden persönlichen Egoismus, auch auf sich schauen, dass sie vorwärts kommen, aber auch für die Sache. Aber ich bin ganz optimistisch bei den Jungen. Da haben wir wieder richtig gute Talente dabei, wirklich auch verschiedene so und sie sollen einfach sich nicht verbiegen, sie sollen so bleiben, wie sie sind. Deshalb sind sie so in die Bundeswehr gekommen. Man kann an Kleinigkeiten lernen, die muss man auch mitnehmen. Aber sie sollen an sich selbst glauben und sie sollen immer ehrlich und geradeaus bleiben. Das wäre mein Wunsch so. Wer ist denn so der Talentierteste? Wer könnte der nächste Gräfe werden? Das kann man schwer sagen und jeder Name, den ich jetzt nenne, wäre wahrscheinlich auch schwierig für denjenigen selbst, weil er dann unter besonderer Beobachtung ist. Aber wir haben schon ein paar ganz gute. Also Daniel Siebert jetzt international, hat einen guten Euro-Einstand gemacht. Sicherlich so von schon den etwas älteren, jüngeren in Anführungszeichen. Von Svenja Ablonski halte ich halt sehr viel. So Florian Badstüben, da muss man gucken, wie der sich entwickelt. Das ist ganz neu. Das ist eigentlich sehr talentiert. Da gibt es schon einige, jetzt habe ich ein paar genannt, damit es ist ein bisschen verteilt. Da gibt es schon so ein paar, die richtig gut sind und auch andere Junge sind noch richtig gut. Aber man muss auch eins sagen, die stehen vor einer noch schwierigen Aufgabe, weil die haben noch nie unter Fans Bundesliga zum Beispiel gepfiffen. Das sind Leute, jetzt in die Bundesliga aufgestiegen, das sind wie zwei Sportarten. Da muss man auch sehen, wie die Leute damit klarkommen, wenn auf einmal wieder Fans da sind, wie sie sich entwickeln. Und diese Entwicklung kann man ja mal schwer voraussagen. Aber so grundsätzlich gibt es da ein paar richtig gute, talentierte Schiedsrichter wieder. Du hingegen musst deine Karriere jetzt beenden, darfst dafür wieder Sportwetten platzieren, wenn du möchtest. Auf wen würdest du als Meister setzen dieses Jahr? Also mit Wetten kenne ich mich nun wirklich nicht aus, aber wenn man auf Sicherheit setzen will, würde man sicherlich wieder auf Bayern tippen. Wobei ich gespannt bin, wie das alles so mit Nagelsmann wird, das ist ja ein überragender Trainer, aber wie immer, wenn etwas neu zueinander kommt, jetzt Nagelsmann und Bayern, muss man erst mal gucken. Außerdem, glaube ich, steht Bayern irgendwann auch vor der Frage so von einem noch Umbruch. Noch gibt es ein paar ältere Führungsspieler. Wie lange spielen sie die Rolle noch? Wann erfolgt der Umbruch? Also da bin ich gespannt, ob das alles so harmoniert. Die Vorbereitung ist ja bei denen nicht so gelaufen, weil Vorbereitung zählt, aber eigentlich nichts, sondern erst wenn die Saison losgeht. Aber da bin ich sehr gespannt. Also das interessiert mich wirklich, wie ist diese Entwicklung? Enteilen die mit dann irgendwann 30 Punkten Vorsprung, weil Top-Trainer und Top-Team zusammenkommen? Oder müssen die auch erst mal zueinander finden? Wie ist das, Top-Spieler zu führen? Das ist ja auch nochmal schwieriger, vielleicht bei Bayern als woanders. Das haben viele Trainer schon gemerkt. Aber ich bin mal gespannt, wie Leipzig so mit einem neuen Trainer, wie Dortmund, mit Marco Rose, mit überragender Offensivkraft, sich in Szene setzen kann. Also was das angeht, bin ich gespannt. Ich würde mir einfach nur ein bisschen mehr Spannung wünschen für die Bundesliga. Jetzt darf ich das ja so ganz offen und ehrlich sagen. Also egal, wer Meister wird, einfach nur mehr Spannung. Wäre mal schön, wenn das am letzten Tag mal wieder entschieden wird und nicht irgendwie fünf Tage vorher. Welcher Mannschaft hast du denn als Schiedsrichter besonders gerne zugeschaut? Jetzt dürfen wir ja drüber reden. Jetzt darfst du es ja sagen. Ja, natürlich, wenn Mannschaften sensationell Fußball gespielt haben mit One-Touch-Fußball in einer Geschwindigkeit, das unterschätzt man ja auch übrigens. Wenn man am Fernseher sitzt, denkt man immer, das geht noch. Aber ich habe immer zu Freunden auch gesagt, wenn ihr wirklich mal die Geschwindigkeit sehen wollt, setzt euch mal in die erste Reihe eines Stadions. Dann sieht man erst, was für eine Geschwindigkeit das ist. Ich saß selber mal im Olympiastadion früher noch zweite Liga bei Hertha oder dann Bundesliga. War schon, glaube ich, Zweitliga-Schiri. Und dann dachte ich auch manchmal bei Abseits von oben, Oberring, ob das richtig war oder nicht. Aber war meist doch richtig von dem Kollegen, weil man nur so drei Meter versetzt saß. Und da dachte man, ja, geht ja auch nur noch. Aber als ich in die Bundesliga kam, erst als Assistent, ui, dachte ich, was für ein Tempo. Also das bei Abseits zu beurteilen ist wirklich brutal schwer. Und genauso auch als Schiri. Es geht halt so schnell einfach. Das unterschätzt man. Und deshalb mal in die erste Reihe setzen. Aber ich habe allen Mannschaften sehr zuschaut, die sehr gut Fußball gespielt haben. Aber ich mochte es auch, weil das gehört auch zum Fußball dazu, wenn dann eine Mannschaft, die gekämpft hat, gegen gehalten hat und mit ihren Mitteln dann diese Mannschaft gestoppt hat im Rahmen des Möglichen. Weil es gibt eben viele verschiedene Facetten. Aber so fußballsträlierende Mannschaften in hoher Geschwindigkeit mit welcher Passsicherheit. Welche Truppe war das? Welche Truppe hast du am liebsten zugeschaut? Zugeschaut habe ich keiner Mannschaft. Ich war schon, hatten wir ja vorhin fokussiert. Also das muss man schon sagen. Wenn du dann anpfeifst, dann schaust du ja nicht zu. Also dann bist du ja in deiner Aufgabe. Ich habe immer so einen Eindruck vom Spiel, aber ich konnte dann nie genau analysieren, war das jetzt verdient oder unverdient. So ein bisschen hat man eine Tendenz, aber man ist selber so fokussiert auf seine Aufgabe, dass man das nicht wirklich beurteilen konnte. Insofern freut man sich an dem Augenblick nicht, oh, das ist aber eine schöne Kombination gewesen. Aber wenn man das tut, ist man sofort Mühe abgelenkt und dann geht dann vielleicht die entscheidende Situation, weil links außen einer einen hält im Vorfeld der Ballannahme, weil da der Pass hinkommt. Also man war schon immer fokussiert, das konnte man also so nicht genießen. Deshalb kann ich wohl nicht beantworten. Jetzt haben wir natürlich eben nicht zufällig über das Thema Sportwetten gesprochen, sondern wir wollen einmal reden über den Fall Robert Holzer. Habt ihr noch Kontakt aktuell? Nee. Wir haben wirklich uns ja nur einmal noch gesehen und das war nach über zehn Jahren nach dem Vorfall auf einer Beerdigung eines Schiedsrichterkollegens. Fand ich erstmal schon mutig, dass er da hingegangen ist, weil er wusste, dass er viele Schiedsrichter sind. Aber fand ich irgendwie auch gut, dass er sich davon freigemacht hat, dass er gesagt hat, okay, auch wenn jetzt das die Vergangenheit ist und meine Vergangenheit ist, aber dazu muss ich stehen. Und so wie ich höre, steht er auch dazu und hat das abgeschlossen, hat das verarbeitet, hat seinen Lehren ausgezogen und nutzt seine zweite Chance. Da habe ich ihn einmal gesehen und das war so, alle guckten natürlich, er stand da, ich dachte auf einmal, oh, ist das Robert? Und alle schauten natürlich jetzt, als ich dann da die anderen Kollegen begrüßte, wie begrüßen wir uns? Aber das war so mit einem Handschlag, Kalle Robert, ja, hallo Manu. Ein verlegenes Lächeln auf beiden Seiten und irgendwie vielleicht auch so eine Art Abschluss. Also er hat halt der Schiedssterei und dem Fußball sehr geschadet, aber er hat auch schwer gebüßt dafür, also Gefängnis und so. Das war schon irgendwie auch dann harter Tobak. Er hat jetzt eine zweite Chance verdient und die sollte man ihm auch gönnen. Ihr kommt beide aus Berlin, ihr wart hier die großen Schiedsrichterhoffnung, er ist dann so ein bisschen auf die schiefe Bahn geraten, später dann nicht nur ein bisschen, sondern so richtig, ist in die Fänge der Wettmafia geraten, hat Spiele manipuliert, hat dafür Geld kassiert, hat unter anderem das Pokalspiel Paderborn gegen HSV verschoben. Ab wann wusstest du, hier stimmt was nicht? Ja, wir waren sogar mal befreundet und haben uns gut verstanden, aber mit dem Erfolg verändern sich ja manchmal Menschen und das war bei ihm so. Aber er war jung, er war in der Ausbildung, er hatte nicht viel Geld und dann bekam er Erfolg dazu und irgendwie haben wir uns da über diese Phase so ein bisschen auseinander dividiert. Aber wir haben zusammen noch in der gleichen Mannschaft gekickt, in dieser Freizeittruppe in der Kirchenliga, also montags und freitags regulär beim Schiri-Training. Donnerstag in so einer Freitagsrunde, da war er nicht dabei. Er war auch ein guter Fußballer, konnte auch gut kicken, deshalb war er auch zu Recht talentiert, hat das gut gemanagt. Jeder macht da jetzt so sein Schiedsrichter-Ding und dann kam es halt zum Spiel HSV Paderborn und ich weiß noch, dass ich damals mit Freunden am Heidepark Soltau war, weil ich hatte ja an dem Spiel, Wunderschön da. Wunderschön, wirklich. Ich war da gerne früher als Kind und dann auch noch so als Jugendlicher oder auch als jetzt dann sogar mit Anfang 20 oder Mitte 20, ich weiß gar nicht, ja Mitte 20 muss ich gar nicht gewesen sein, sind wir zu Freunden irgendwie nach Schleswig-Holstein noch weitergefahren und dann hörte ich nur, nachdem wir da waren, auf dem Weg nach Schleswig-Holstein, hörte ich dann so im Radio, ja, Riesenskandal bei Paderborn, Hamburg und dann dachte ich noch so, oh, das ist ja Robert, hat da auch zum ersten Mal Ärger, weil er hat auch die Spiele richtig gut gemanagt, hatte selten Ärger und das ist ja auch ein Qualitätsmerkmal, wenn man wenig Ärger hat, spricht es dafür, dass man ein guter Schiri ist, weil das kommt nicht durch Zufall, sondern arbeitet man für. Wenn jemand immer Ärger hat, spricht es auch eine Sprache und er hat halt nie irgendwie Ärger gehabt und auf einmal hat er Ärger gehabt und dann dachte ich so, okay, hat er eben auch mal Pech gehabt, kommt ihm mal vor so, und wollte aber extra wissen, so was für Szenen das waren und dann habe ich mir extra so einen ganz kleinen Fernseher da, weil die hatten ja eigentlich gar keinen Fernseher in diesem Fernhaus, auf dem Dachboden war noch so ein altes Gerät, handgroße gefühlt, mir die Szenen angeschaut im Sportstudio und dann dachte ich so beim ersten Elfer, naja, okay, halten kann man manchmal schwer erkennen, so, das sieht auf dem Feld manchmal schwerer aus, ist auch manchmal schwerer als im Fernsehen, halten, stoßen ist schwierig, das Verhältnis Realität zur Fernsehbarkeit. Aber er sagt, das kann sein, dann die Beleidigung kann man nicht beurteilen, aber der zweite Elfmeter, das meinte ich vorhin mit Fehlern, die man nachvollziehen kann oder nicht nachvollziehen kann, also wenn ein Verteidiger vor einem Stürmer ist und der Stürmer fällt auf den Verteidiger, wie kann man dann den Elfmeter geben, das passte so gar nicht zu ihm und zu jemandem, der auch selber so gut kicken kann, dachte ich, das ist ja erstmal merkwürdig, so und dann in den nächsten Wochen merken sich auf einmal so Gerüchte, er hat auf einmal Geld und neue Freunde und dann kam der Nächste, dachte ich, okay, kann ja sein, kann was geerbt haben, kann einen neuen Job haben, wusste ich alles nicht. Dann kam das nächste Spiel wieder, irgendwie ein Fehler, Ende Oktober und dann wurde ich langsam misstrauisch und habe ja damals auch viele Leute immer befragt, weil da habe ich gedacht, so eigentlich, dass hier irgendwas komisches gerade passiert, aber ohne Beweise kannst du sowas nicht erheben, ist ja auch erstmal, jeder kann mal Pech haben, jeder kann trotzdem auf einmal zu Geld gekommen sein, aber das Entscheidende war dann für mich, Anfang Dezember dann zu meinem Zweitligaspiel bei 60 kam dann ein Assistent, der bei Heutz auch mitfuhr, der hatte mit meinem anderen Assistenten sich unterhalten und da fiel dann so, ja, der wirft mit Geldscheinen um sich und da kommen auch neue Leute mit zum Spiel mit, und da dachte ich dann, okay, jetzt schließt sich der Kreis. Neue Leute heißt rund um Heuzer dann. Ja, genau, da schließt sich der Kreis, das geht nicht mehr mit rechten Dingen zu und das war so und dann habe ich nochmal Felix Feuer angesprochen, den ich vorher schon mal angesprochen hatte, sag mal, für mich steht das fest, so, der manipuliert da, ich melde das dem DFB, das geht hier nicht mit rechten Dingen zu, so, es passt alles nicht zunahmen und dann mit dem Geld und es gab da verschiedene andere Belege noch so, die das Bild so rund machte, aber die ultimative direkte Belastung fehlt da noch und dann hat halt Felix Feuer dann gesagt, so, ja, ich muss dir mal was sagen, vor einem halben Jahr hat er mal mich angesprochen bei einem Spiel und so weiter und dann war die direkte Belastung da, zusätzlich zu allen Bildern, da habe ich gesagt, okay, da habe ich Lutz Fröhlich angerufen und Lutz Fröhlich sollte das dann Volker Roth mitteilen, weil das war meine erste Saison, der war am Anfang auch noch ein bisschen zögerlich, dachte so, naja, kann das nicht irgendwie ein Missverständnis sein, besondere Umstände, wo manchmal sich so Zufälle zusammen ergänzen und ergeben, aber ich meine, durch die Aussage von Felix Feuer gab es dann die direkte Belastung, ja, dann habe ich halt Lutz Fröhlich gesagt, wir müssen das melden und dann hat er gesagt, ja, machen wir dann zum Lehrgang, dann kam der Tsunami, das werde ich auch nicht vergessen, dann relativiert sich selbst sowas auf einmal, wenn da hunderttausend Menschen sterben, ist auch sowas auf einmal total unwichtig im Verhältnis und er war dann weg, glaube ich, im Urlaub, kam dann wieder und auf dem Lehrgang habe ich gesagt, weil der Lutz auch sagt, wir sollen uns nochmal auf dem Lehrgang anschauen, ob er da sich besonders verhält. Hast du quasi ermittelt oder wie? Ja, kann man so sagen, kann man so sagen und dann haben wir uns nochmal auf dem Lehrgang angeschaut und der war, was ihn auch untypisch war, immer um acht gleich auf dem Bett, hat mit keinem Kontakt gehabt, außer mit damals dem zweiten Schiedsrichter, der auch mit involviert war, ansonsten hat er zu keinem Kontakt gehabt und das war alles zu auffällig und dann war halt klar, okay, jetzt müssen wir es melden, also insofern müssen, als dass er am nächsten Wochen ins Spiel angesetzt war und dann wurde Markus Merk zum ersten Mal Schiedsrichter des Jahres, deshalb haben wir dann das nicht am Anfang des Lehrgangs gemacht, sondern dann irgendwann am Montag und wollten wir wenigstens Markus Merk, weil es war ja klar, welche Bombe einschlagen würde. Ich dachte mir nur über die ganzen Tage da Silvester und Neujahr und dann dachte ich mir so, wenn das jetzt irgendwann publik wird, das wird ja krass werden. Da geht der Fußball kaputt. Es gab sogar ein, zwei Freunde, die mir gesagt haben, ja, sagt man sowas, selbst über so einen Ex-Kollegen, Ex-Freund, aber das stand für mich außer Frage, also jetzt könnte man sagen, Bier ist Schnaps, Schnaps, also das muss man schon auch trennen können. Also wenn jemand bescheißt, dann ist der Fußball tot und das ist jetzt wieder die gleiche Parallele zu der Führung. Also ob ich betrüge da oder da, ist für mich kein Unterschied. Eine andere Qualität natürlich, aber entweder führe ich als Schiedsrichter meinen Job in Tegraus oder nicht und ich habe mir das nie vorstellen können in Deutschland, das war ich ein bisschen naiv, dass es in Deutschland jemanden gibt, der schon auf der DFB-Liste ist und dann eigentlich seine ganze Karriere ja damit auch weggewirft, weil er war wirklich ein talentierter Schiedsrichter. Aber er war jung, falsche Freunde, falscher Zeitpunkt, wahrscheinlich von denen auch geschickt gemacht so und Finger gewickelt und naja, ich habe das noch nie erlebt, muss ich auch sagen, dass dann jemand drei Wochen auf Seite 1 der Bild-Zeitung war und das war er und das war schon auch deutlich dann für ihn, was er da die Folgen als junger Mensch zu spüren bekam. Aber ich glaube, er hat eben daraus gelernt und schade, dass es überhaupt dazu gekommen ist. Und es gab mal so eine Situation bei uns, da haben wir es durch Zufall nochmal gesehen im Sommer, also vor diesen Ereignissen, da hat er ja schon manipuliert, was ich nicht wusste. Da haben wir uns im Club mal getroffen und dann kam man am nächsten Tag mit Brötchen hoch zu meiner Freundin und mir, klingelte so, dann haben wir zu einem Frühstück und dann dachte ich nochmal so, okay, vielleicht wird es nochmal was, so ein bisschen Bekanntschaft, Freundschaft. Ich fragte ihn irgendwann so alleine, ja, wie geht es dir denn? Und dann zögert er ja so für eine Sekunde so. Im Nachhinein dachte ich immer so, vielleicht wollte er mir damals was sagen, weil das war nämlich, glaube ich, der erste Versuch, der gescheitert war und dann war einer, vielleicht wollte er mir was sagen, aber hat es noch nicht gesagt, ich weiß nicht, ich werde es nicht rausfinden. Vielleicht irgendwann jetzt, das würde mich zum Beispiel nochmal interessieren, irgendwann nochmal mit ihm ein Gespräch zu führen, so wie er das alles so gesehen hat und reflektiert hat und so. Aber wie ich höre, macht er das wirklich irgendwie seriöses Leben. Er hat auch seine Strafe abgesessen und sollte dann wie jeder auch eine zweite Chance im Leben bekommen. Felix Zweier war damals sein Assistent und hat zuerst gegen Robert Heutzer ausgesagt. Später stellte sich dann raus, dass er auch mal Geld angenommen hat. Ja, das wusste ich halt nicht. Am Anfang habe ich gedacht, als das Gerücht aufkommt, wen glaubst du mehr, ihm oder Robert Heutzer, dann glaubt man natürlich eher mal dem, auch dann noch mit Aufklärer, auch wenn zum Schluss. Aber man muss ganz ehrlich sagen, wenn er rechtzeitig, was seine Pflicht gewesen wäre, das gemeldet hätte, dann wäre es zum Spiel HSV Poulombau nie gekommen. Das war schon schwierig genug, aber da konnte man sagen, okay, er war 20 oder 19, er war sehr jung, konnte er vielleicht mit der Verantwortung nicht umgehen, aber das war schon grenzwertig. Aber ich habe ihm dann damals diese Frage einmal gestellt, sag mal, hast du das Geld genommen, ja oder nein, diese 300 Euro. Da kam es auch zum kurzen Zögern und dann nein. Dann dachte ich so, wenn mir jemand diese Frage stellt, dann wäre ich erbost so, würde jemand die Freundschaft kündigen oder die Kollegialität aufkündigen so oder zumindest ein deutliches Wort mit ihm reden. Aber jeder Mensch ist auch anders und er ist generell ein anderer Typ als ich so und dann kann man auch anders reagieren. Jetzt im Nachhinein werde ich das natürlich anders. Jetzt weiß ich halt, okay, hat er vielleicht auch kurz überlegt, ob er mir die vielleicht auch Wahrheit sagen soll oder nicht. Und deshalb sehe ich das halt kritisch. Die Integrität des Sports steht und fällt mit dem Schiedsrichter. Wenn der Geld nimmt, um irgendwie Spiele zu manipulieren, dann ist der Sport tot und das geht halt nicht. Robert Teutzer hat gestanden, hat sich entschuldigt, hat seine Strafe auch bekommen, hat sie abgesessen. Dann ist es auch irgendwann gut. Ich wünsche Robert auch persönlich alles Gute für sein Leben. Aber wenn man es nicht macht und nicht dazu steht und keine Verantwortung übernimmt, da habe ich halt eine andere Einstellung zu. und wenn das jetzt stimmt, dass er eben die 300 Euro genommen haben soll, wie es im Sportgriechsurteil steht, dann finde ich, sollte halt jemand auch kein Profispiel mehr leiten. Was ist das für ein Vorbild für die anderen Zehntausenden von Amateurschiedsrichtern, die Woche für Woche ihren Kopf hinhalten für 15 Euro oder weniger auf die Dorfplätze gehen über viele Jahrzehnte und damit kein Geld verdienen und auch für den Sport an sich. Das ist meine persönliche Meinung, aber dazu hätte er damals auch anders agiert, wäre es auch was anderes gewesen. Aber als es jetzt irgendwie nochmal alles Thema wurde und er das ja auch offensichtlich nicht angegangen ist, also damit eingeräumt hat, weil sonst nimmt man so ein Urteil ja nicht an. Also jedenfalls glaube ich, sollte man es nicht annehmen. Aber das ist meine persönliche Meinung dazu. Da kann auch jeder eine andere Meinung haben, wenn jemand sagt, für ihn ist es dann sozusagen mit dem Urteil dann auch abgegessen und dann sollte jemand die Chance wieder haben, weil der DFB nicht so geurteilt hat, dann mag das so sein. Aber ich habe mein Problem damit, weil er kann ja alles andere machen, aber eben Schiedsrichter ist dann halt schon schwierig. Jetzt ist Felix Zweier nicht nur anders, sondern er ist auch erst 40. Er darf somit noch Bundesliga pfeifen im Gegensatz zu dir. Also da ist jemand, der mal Geld genommen hat scheinbar in einem Zusammenhang eines Wettskandals, der aktuell in der Bundesliga pfeift. Du bist aufgrund deines Alters raus. Ist das fair? Das kann man, sollte man nicht miteinander verknüpfen. Es ist jetzt rechtlich, und sportrechtlich so abgehakt. Dann ist es eben so. Trotzdem ist natürlich entscheidend auch, wie agiert die Führung? Wie geht die damit um? Ich habe mich an Michael Kempter, der dann aufhören musste aufgrund verschiedener Vorkommnisse. Und die finde ich persönlich, wenn es da irgendwelche anderen Probleme gab, aber nicht so entscheidend wie die Integrität an sich, ob jemand Geld nimmt oder nicht. Da meine ich halt auch wieder, es gibt so wieder unterschiedliche Auslegungen. Bei dem einen sagt man es okay, bei dem anderen sagt man nicht okay, ist irgendwie nicht nachvollziehbar. Persönlich kann ich das nicht nachvollziehen, vor allem, dass man ihn nicht so dann noch über Gebühr, ich finde, er macht seine Sache wie ein durchschnittlicher Bundesliga-Schiri. So, ich finde jetzt nicht, dass er so ein überragender Schiedsrichter ist, aber er ist kein schlechter Schiedsrichter in der Bundesliga gewesen. Mir zu viele Einzelfehler, aber meine persönliche Meinung. Aber ansonsten müssen das andere Gremien entscheiden und es ist auch nicht meine Aufgabe mehr. Und ganz ehrlich, ich verbinde das zum Beispiel gar nicht miteinander. Und wenn jetzt die Altersdiskriminierung aufhört und das rechtliche Sportrecht als aufgehakt ist, dann kann er davon auch profitieren und bis 50 pfeifen, wenn er fehlt ist. Dürfte Felix Zweier deiner Meinung nach dennoch Bundesliga pfeifen? Ja, ist ja wie gesagt nicht meine Aufgabe. Wäre ich da in Verantwortung, hätte ich dazu meine Meinung. Die habe ich ja auch grundgetan, aber ist nicht meine Verantwortung. Und dann muss ich mir darüber ja keine Gedanken machen, wenn es nicht in meiner Verantwortung steht. Das ist meine persönliche Meinung, habe ich dazu gesagt, aber ist ja nicht meine Verantwortung. Und wenn die Leute argumentieren, gibt es ja auch was, was man so sehen kann, vielleicht ist rechtlich und sportrechtlich abgegolten. Dann müssen die halt entscheiden, wie lange sie ihn pfeifen lassen oder wie lange er pfeifen kann. Aber theoretisch sollte diese Altersregel jetzt gekippt werden, kann er dann eben doch pfeifen, solange wie er will. Wenn wir jetzt so über Skandale und Enthüllungen reden und über Ermittlungen, dann ist es ja eigentlich kein Wunder, dass du mal Sportjournalist werden wolltest, oder? Passt, oder? Ja, wollte ich wirklich immer. Also du wolltest eigentlich jetzt im Podcast auf dieser Seite sitzen, des Mikros. Ja, mein Vorbild war eigentlich mal Günther Jauch. Das war mal so mein Vorbild, so für Sport und Politik und Gesellschaft. Deshalb habe ich Sport und Geschichte studiert. Wegen Günther Jauch. Ja, nee, sondern ich wollte Journalist werden und das war schon so ein Vorbild für mich. Ich finde, er macht das sehr gut, sehr charmant, clever, gewitzt. Ich fand das richtig cool, wie er das immer gemacht hat. Und ich habe mal letztens einen Freund wieder getroffen aus allen Schulzeiten und früher kannten wir natürlich, ich weiß nicht, ob es heute noch bekannt ist, diese Poesiealben, wo man reinschreibt, so Name, Alter. Und bei Beruf standen damals bei mir so irgendwie als Elf- oder Zwölfiger nicht irgendwie Fußballprofi. Da stand damals schon Sportjournalist. Das fand ich nochmal faszinierend, dass das schon so früh der Fall war. Also ich habe größten Respekt vor den Profis, wie die das durchziehen. Über viele Jahre vergisst man ja immer, wie viel Arbeit da auch hinter steckt und hätte bei mir wahrscheinlich auch nicht gereicht, viel zu langsam. Wahrscheinlich für den Fußball schon damals hieß es ja so, du musst auf den ersten Metern richtig schnell sein. Aber es ist auch hypothetisch, haben mir nie Gedanken drüber gemacht. Aber ich wollte sowieso immer Journalist werden. Ich wollte erstens studieren, ich wollte was von der Welt sehen in dieser Studienzeit, so beides vermischen, studieren, ein bisschen arbeiten, ein bisschen was von der Welt sehen, meinen Horizont erweitern. Aber ich wollte auch hinterher dann lieber über Sport berichten, so irgendwie so als Kommentator bei einer Weltmeisterschaft oder Moderator oder eben für eine Zeitung arbeiten. Das war so. Aber wenn ich ehrlich bin, eher so Richtung Fernsehen, komischerweise so. So wie Günther Jauch, wie gesagt. Das fand ich irgendwie von der Art, von allem drum und dran irgendwie am besten, am coolsten. Also du wolltest werden wie Günther Jauch und wirst dann Schiedsrichter? Einmal den Bruch in der Karriere. Ja, der Bruch in der Karriere war, dass ich dann schon in Studienzeiten für eine Modeaventur gearbeitet habe, dann in einer Modefirma, im Vertrieb, auf einmal früh zu Geld kam. Irgendwann später einmal gewechselt bin in andere Zweige. Ich habe ja die ganze Zeit schon auch weiterhin in der freien Wirtschaft gearbeitet. Dann war ich sozusagen schon in Lohn und Brot und zusätzlich hatte dann schon meine Karriere aufgenommen, meine Schiedsackarriere. Und dann war auch klar, irgendwie so, da war ich glaube ich schon dann so dritte Liga oder zweite Liga schon, weiß ich gar nicht, du kannst schlecht irgendwie über das Spiel, also erst Schiedsrichter sein und dann über das Spiel berichten. Also hätte ich machen können, aber dann wäre Schiri immer der Beste gewesen. Dann hätte ich die Fairness und Objektivität wahrscheinlich dann doch verlassen. Nein, Spaß. Also ich hätte versucht, darüber zu berichten. Nein, es geht halt nicht parallel. Es ist halt so, entweder bist du Schiedsrichter dann oder... Und als ich dann an dieser Schwelle schon war, wo das Studium zu Ende war, da war ich halt schon auch auf dem Weg Richtung wirklich zweite Liga oder schon Bundesjahrestent. Da war halt dann schon irgendwie auch das Ziel greifbar Bundesliga. Und das fand ich dann doch noch spannender, jetzt auf einmal sogar Bundesliga erreichen zu können, sodass es dann dazu nicht mehr kam. Aber das war eigentlich immer so mein Lieblingsberuf, den ich mal ausüben wollte. Jetzt bist du ja auch Sportjournalist in einer gewissen Art und Weise. Du warst 2014 bei der ARD, bei der Weltmeisterschaft in Brasilien als Schiri-Experte. Jetzt bei der Europameisterschaft 2020 oder 2021 waren sie eigentlich beim ZDF. Und Mehmet Scholl hat eine Frage und Mehmet Scholl saß einst hier im Hotel Adlon auf genau deinem Platz und spätestens seit diesen Phrasenmeerfolgen wissen wir, dass Mehmet Scholl wie auch als Spieler früher irgendwo anfängt und dann ganz anders aufhört. Du wirst am Anfang der Frage nicht erraten, worauf er hinaus möchte. Ich schaue. Lieber Manuel, lieber Kai, herzlich willkommen im Phrasenmeer. Wir haben ja eine ganz gute Zeit verbracht in Rio. Du warst Teil unseres Teams, hast es auch gut gemacht, also im Rahmen deiner Bedingungen und hast dich als super guter Typ herausgestellt, der jetzt leider im besten Schiri-Alter aufhören muss, was ich nicht verstehe, weil ein bisschen hättest du noch laufen können, aber du hast die Spieler immer im Griff gehabt. Uns nicht, in Rio. Wir haben dich im Griff gehabt und ich hätte eine Frage. Wie kommt es, dass du so eine schöne Frau an deiner Seite hast? Liebe Grüße von Mehmet aus München. Ja, Mehmet, das war lustig. War eine schöne Zeit mit Dirk Frohberg zusammen und anderen. Da musste ich erstmal schnell lernen, wie immer. Die haben mich versucht, da ein bisschen zu veräppeln. Am Anfang bist du der Schiri. Da musste man erstmal ein bisschen mithalten und gegenhalten, aber es war eine lustige Runde und wir haben schöne Zeiten gehabt auf der berühmten Dachterrasse, aber auch wirklich gut zusammengearbeitet, war ein gutes Team, hat viel Spaß gemacht und trotzdem hoch konzentriert. Ich glaube, für die ARD das gut gemacht damals und gemanagt. Und Mehmet hat ja letztes Mal zu mir gesagt, grüß deine Frau und meine Kinder. Schöne Ansage gewesen. Aber so ist Mehmet einfach ein lustiger Typ. Ich schätze ihn sehr, gerade für solche Sprüche und so eine Anekdote. Das passt schon. Nein, ich bin sehr glücklich mit meiner Frau. Die ist natürlich sehr hübsch und sehr intelligent und macht ihren eigenen Weg, aber auch die Staatsanwältin. Die steht selber auch in Lohn und Brot. Das ist eine eigene Persönlichkeit. Und da wir hier im Adlon sind, kann ich es ja jetzt verraten, wir haben unsere Hochzeitsnacht hier verbracht. Ernsthaft? Ernsthaft, weil wir nicht wollten sozusagen. Wir haben, damals war sie schwanger mit Kilian und damals haben wir dann nur im kleinen Kreis erstmal Standesamt geheiratet an den Wannsee-Terrassen, weil wir dann ein Jahr später an den Wannsee-Terrassen groß heiraten wollten, dann in größerer Runde haben wir dann geheiratet und dann nach dem Wannsee-Terrassen-Besuch haben wir dann noch, habe ich sie überrascht, hatte ich einen Tisch A in Borchardt organisiert und B ist ja dann hier nicht weit weg um die Ecke das Adlon, sodass man die Hochzeitsnacht dann halt nicht zu Hause normal wie sonst auch verbringt, sondern was Besonderes mir mal einfallen lassen. Insofern, deshalb hatte ich ja vorhin schon mal gesagt bei der Begrüßung, als wir uns gesehen haben, ich war hier auch schon mal. Das weiß ich natürlich. Ich habe natürlich so lange recherchiert, bis ich rausgefunden habe, dass du deine Hochzeitsnacht im Adlon bekannst. Hör mal auf. Du hast es nicht gesagt? Nein, nein. Jemand hat gesagt, er hätte ja sein können. Bei der Begrüßung gleich eingegeben, sofort Adlon gefragt, war der Gräfe mal hier wann? Da würde ich jetzt lügen. Also ich habe mich sehr intensiv auf dich vorbereitet, aber dass du deine Hochzeitsnacht hier verbracht hast, was Besonderes sein. Was Besonderes ist auch die nächste Frage von Per Mertesacker. Der spricht dich jetzt nochmal an auf deine Zeit beim ZDF zuletzt, während der Euro. Und lieber Manu, hier kommt meine zweite Frage. Ja, wir waren ja zum Ende der Euro zusammen im Sportstudio und der eine oder andere könnte sich natürlich fragen, warum hat denn der Profi unten geschossen und zum Glück zwei versenkt und der Schiedsrichter oben? Das ist doch eigentlich ein bisschen komisch, aber was steckt denn dahinter? Erzähl doch mal. Wir hatten ein Shootout vorher, ganz kurz und knapp, durften wir einmal kurz testen und Mertes hat alle drei Buden unten gemacht und damit war er prädestiniert, weil wir wollten uns natürlich nicht nehmen lassen, als Team Fußball auch zu gewinnen. Ich habe oben, glaube ich, zwei gemacht und insofern war die Verteilung relativ klar dann und deshalb hat Per unten geschossen und ich oben. Das heißt, Per Mertesacker ist an der Torwand unten stark und ist ein guter Barkeeper. Das kann man treffend so zusammenfassen. Ihr hattet viele feuchtfröhliche Nächte. Nein, nicht so viele. Das hört sich jetzt hier immer so ein bisschen verkürzt und übertrieben an. Wir sind beim Bild. Der ist verkürzt, verknappt. Jeden Abend. Es waren wirklich drei, vier lustige Abende, aber ansonsten waren wir einfach ganz normal essen zusammen. Aber wir haben eine schöne Zeit gehabt, viel ausgetauscht, viel über Fußball geredet. Viele Dinge kannten sie halt nicht aus diesem Verband, weil sie immer nur die Spielerseiten kannten und die DFB-Nationalmannschaftsseite spannend mal so, die andere Seite vom Verband kennenzulernen. Umgekehrt fand ich viele Bereiche aus dem Fußball sehr spannend. Ich habe auch Chris Berater kennengelernt, auch ein lustiger Typ. Es waren gute Leute am Tisch und haben wir uns gut unterhalten und gut verstanden. Die haben mich auch wirklich von Anfang an sofort ganz entspannt aufgenommen. Hätte ja sein können, okay, der Schiri oder so. Nee, es war eine schöne Zeit, muss man nicht sagen. Wer weiß, vielleicht der WM 22 wieder. Dazu passt die Frage von Steffen Baumgart. Meine zweite Frage wäre, wirst du auch einer von den ganz geilen Experten, die ich jedes Mal im Fernsehen sehe? Die Betonung liegt auf ganz geil. Ja, genau. Da sehe ich schon die Vorliebe und die Vorfreude ist zumindest im Bereich des Möglichen. Ich fühle ja noch ein paar Gespräche über die Zukunft. Allerdings muss ich auch sagen, ich war jetzt vier Wochen für die Euro da in Mainz. Wir waren jetzt zwei Wochen im Urlaub. So viel Zeit war gar nicht nach Saisonende. Insofern sind wir noch mitten dabei. Und ja, was ich ja sagte, ich habe irgendwie Lust auf Fußball in anderer Funktion dann und da kann ich mir einiges vorstellen. Und ZDF hat sicherlich viel Spaß gemacht und für die WM bietet es sich ja förmlich an, weil ich glaube, so insgesamt waren alle so zufrieden. Und Chris und Peer haben das ja überragend gemacht mit Jochen Breyer zusammen und auch Katrin Müller-Rohnstein und den verschiedenen Gästen auch aus allen Ländern. Das fand ich ein tolles Sendungskonzept, tolle Mischung. Hat mir viel Spaß gemacht. ZDF ist ein bisschen familiärer als ARD. ARD ist ein bisschen größer bei den ganzen Rundfunkanstalten. Aber es war ein gutes Team. Aber auch 14 in Brasilien war das eine tolle Sache, überhaupt die Chance bekommen zu haben. Ich wollte ja eigentlich nie mehr groß noch so Turniere oder Spiele bei anderen Events anschauen, weil ich ja selber noch mittendrin war. Aber das war schon mal ein Turnier, was ich nochmal sehen wollte. Also mal nach Südamerika zum Fußball, Brasilien und dann den DFB, Nationalmannschaft da zu verfolgen. Und dann durch Zufall hat es sich damals ergeben, manchmal ergeben sich die besten Geschichten in der Kneipe. Da saßen wir in der gleichen Gaststätte, die berühmte Straßenbahn in Berlin. Das ist ein guter Laden, weil die sozusagen zu sippt das managen und die ganzen Trinkgelder gehen an soziale Projekte und wie so eine Art Kommune noch aus den 70er Jahren verwirtschaften die nur so, dass sie keinen Gewinn machen und davon leben können. Und da war ich manchmal so nach dem Fußballtraining mit Freunden und da saßen einmal auch die RBB-Jungs und da war durch Zufall dann aber auch mal als Gast Eik Gallei und der fragte mich dann so wenige Wochen vor der WM Ein Kollege vom RBB? Ein Kollege vom RBB. Naja, MDR. MDR. Was machst du eigentlich zur WM? Sag ich so, naja, ich fahre da rüber so ab dem dritten Vorrundenspiel. Da hat er gesagt, na willst du nicht vielleicht für die ARD arbeiten? Und da habe ich gesagt, na richtig arbeiten und fest geht nicht, weil ich bin ja noch Schiri und schon gar nicht vor der Kamera. Aber da habe ich mich damals dann mit dem Thomas Werle, dem Chef, getroffen vom SWR. Die sind ja für die WM verantwortlich. War ein toller Abend, schönes Gespräch. Am liebsten habe ich glaube ich vor der Kamera auch gehabt, ging aber nicht, weil klar, ich war noch aktiv und dann muss man eigentlich sagen, so hat mir das aber sehr viel Spaß gemacht und so kam sozusagen aus zu einem Gaststättenbesuch der Einsatz dann ab dem dritten Vorrundenspiel in Brasilien zustande und die wollten dann sogar so weit gehen, dass sie gesagt haben, ja, aber die ersten beiden Vorrundenspiele wenigstens von Deutschland, kannst du die dann aus Berlin machen? Und dann kam wirklich ein Techniker zu uns nach Hause, der uns geschaltet hat von Berlin nach Baden-Baden nach Brasilien, sodass ich dann mit den Kommentatoren wenigstens bei den Deutschlandspielen direkt verbunden war. Da saß ich dann auf meinem Sofa und habe mit den Jungs in Brasilien, den Kommentatoren zusammengearbeitet. Das war schon auch eine ganz lustige Situation und ab dem dritten Vorrundenspiel waren wir dann wirklich vor Ort und das war schon ein cooles Ereignis. Wie geht es denn jetzt konkret weiter mit dir? Du hast in Teil 1 schon mal anklängen lassen, du kannst dir vorstellen, vielleicht für einen Bundesligisten als Schiri-Coach, als Schiri-Berater zu arbeiten? Also ich bin ja nun mal noch einer Firma tätig, als Geschäftsführer, ich habe noch verschiedene andere Aufgaben von früher noch, die ist sozusagen mit den vier Kindern und so genug zu tun, sodass ja früher meine Woche eben sieben Tage Arbeit und Verpflichtungen bedeutete. Es ist schön auch wie andere jetzt nur vielleicht fünf Tage Arbeit zu haben und mal ein Wochenende auch frei. Und ich stehe so vor der grundsätzlichen Frage, fahre ich jetzt mal ein bisschen runter, auch was so mit 47 auch mal normal wäre, dass man nicht immer noch Vollgas gibt. Manchmal muss ich auch mal mich an mein Alter dann doch erinnern. Man kann ja nicht immer im sechsten Gang fahren, Vollgaslast sozusagen, sondern müsste irgendwie auch mal gucken, dass das zusammenpasst. Und insofern kann es sein, dass ich nichts im Fußball mache, aber es kann auch sein, dass ich zum Fußball zurückkomme, aber dann in anderer Funktion. Und diese Gespräche, die führe ich halt gerade und die sind halt sehr interessant, sehr vielversprechend zum Teil. Manche fände ich wirklich auch faszinierend, so manche Aufgaben. Welche Aufgaben findest du denn besonders faszinierend? Ja, ich war jetzt lange genug Schiedsrichter, aber im Herzen bin ich ja immer Fußballer und natürlich irgendwie wieder zurück zum Sport, beim Fußball, für den Fußball da zu sein, in einer Funktion beim Fußball aktiver Natur. Das wäre schon das, was mich am meisten interessieren würde, aber auch natürlich Medien gab es jetzt diverse Anfragen zur Bundeslaison, Champions League, entsprechende Aufgaben zu übernehmen. Aber da sind wir halt mitten dabei so und jetzt ist gerade die, läuft die heiße Phase auch bei den Vereinen noch, die heiße Phase bei den Sendern noch, wie stellen sie sich auf? Also wir sind einfach noch mittendrin dabei, deshalb kann man es nicht sagen, aber es kann auch sein, dass ich sage, okay, ich mache vielleicht auch erstmal ein bisschen Abstand und komme mal ein bisschen runter und habe mal ein bisschen mehr Zeit für die Familie und mache meinen Job einfach. Es gibt natürlich wie immer zum Abschluss des Phrasenmeers noch Fragen aus der Facebook-Gruppe. Da kommen immer die guten Fragen her, also du kannst dich jetzt entspannen, weil jetzt kommen nur noch gute Fragen. Die erste lautet, hattest du manchmal das Bedürfnis, einem Spieler, der theatralisch am Boden liegt, zu sagen, steh auf, stell dich nicht so an? Habe ich ja gemacht. Also zum Beispiel Arjen Robben habe ich sehr geschätzt, genialer Fußballer, aber ist halt wirklich manchmal leicht zum Boden gegangen und dann bin ich schon mal auch hin zu jemandem, Arjen, das hast du überhaupt nicht nötig, bleib stehen, setz dich so durch, du hast deine Klasse, du musst jetzt hier nicht einen Freistoß oder Eber ziehen. Das hat auch gezogen, eigentlich meist so. Und was hat er gesagt dann? Ja, ist okay oder so. Also das war schon so, wenn er jetzt ganz anderer Meinung war, dann hat er das auch schon kundgetan, wenn er Meinung war, es war wirklich ein Foul, nein, nein, das war ein Foul, das war ein Foul, dann ist so, nee, komm. Aber da kannst du schon viel regeln, also bei denen, die technisch versuchen, dann so einen Freistoß zu ziehen oder Strafstoß, aber auch bei denen, die arbeiten, wenn du an denen vorbeiläufst und die haben gerade vorher eine intensive Grätsch gemacht und gerade noch so den Ball gespielt, aber auf einer Höhe, wo du denkst, wenn er den Ball nicht spielt, reden wir hier schnell nicht über Gelb, sondern über Rot, dann kannst du sagen, weißt schon, das war jetzt riskante Grätsch, das ist gut gegangen, aber du weißt, wenn du die verpasst, dann reden wir vielleicht auch über mehr, also überleg dir das so. Also du versuchst schon auch Einfluss zu nehmen, damit du keinen Ärger bekommst. Also wenn dir einer im Mittelfeld fällt, dann ist es schlau, den anzusprechen, damit er erst nicht im Strafraum fällt und dann hast du auf einmal den Aufmerksamkeit und den Fokus und dann ist er vielleicht minimal gehalten worden und schon hast du Diskussionen. Da versucht man halt viel präventiv zu regeln, also ich jedenfalls. Hast du das gelernt, diese Form der Kommunikation, auch diese Form der Körpersprache, die dich ja so beliebt gemacht hat in der Bundesliga? Na gut, vielleicht durch mein Sportstudium, natürlich, dass ich irgendwie Bewegungswissenschaften, Trainingswissenschaften, ich habe mich vier Semester mit Fußball auseinandergesetzt, in Theorie und Praxis, also wirklich spielen, aber auch die ganze Theorie, wie bei einer Trainerausbildung, da fiel ja dann der B-Schein fast schon von alleine ab. Okay, man musste zwar nochmal auf dem Band eine Prüfungslehre machen, aber ich habe damals auch mit einem, glaube ich, der Zweitliga gespielt hat, ich glaube, der hatte 14 Punkte, ich habe 13 Punkte gemacht, so ich habe mich sehr intensiv mit Fußball beschäftigt und allen Facetten und das finde ich halt spannend. Ich habe irgendwie selber gespielt, ich habe einen Schiedig-Schein gemacht, einen Trainerschein gemacht und jetzt die Medienseite kennengelernt und über meine Lieblingssportart, die ich über alles liebe, so dieser Fußball mit allen seinen Emotionen, da gibt es ja eigentlich nichts Besseres und jetzt natürlich, man hat viele Seminare und auch Lehrgänge, die wir auch, muss man sagen, früher hatten, wo es zum Thema Persönlichkeit, da hatten wir mal Regisseure, da hatten wir mal jemanden von der Polizeischule, da hatten wir auf den Sommerlehrern immer unterschiedliche Akzente und natürlich hast du immer was mitgenommen und wenn es nur eine Kleinigkeit war und darüber hat es sich natürlich entwickelt. Es ist auch leider eingestellt worden, jetzt ist es nur noch fachlich. Früher waren diese außerfachlichen Dinge immer noch mit dabei, davon hast du natürlich gelernt und ansonsten Spiele, 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 viele Kommunikationen, vielleicht auch manche, die du heute nicht mehr so führen würdest. Was wäre das? Ja, ich habe zu Erbers mal einen Spruch gemacht, da hat mich Ralf Gunnisch letztes Mal erinnert, wusste ich gar nicht mehr, der hat dann richtig im St. Pauli-Training leiden müssen, weil da kam man eben an, oh was pfeifst du heute für eine Scheiße so und da habe ich gesagt, ey, das was du jetzt spielst, spiele ich noch nachts um drei besoffen. Hast du als Schiri gesagt? Ja, ich habe als Schiri zu ihm gesagt. Das war natürlich irgendwie das Gut und zu viel, da war ich aber noch jünger, das will ich heute niemals so sagen, aber das war aufgestachelte Atmosphäre, da bin ich dann doch auch mal der Fußballer gewesen, da ist mir so ein emotionaler Spruch rausgerutscht und Ralf hat mich daran erinnert, aber er meinte so, er muss danach ziemlich leiden, weil immer wenn er eine Bude verpasst hatte im Training oder sonst war, ich so, ja, Grefe hätte den nachts um drei besoffen noch gemacht und komischerweise hatte ich auch nie wieder Probleme mit Everson, ich wusste auch gar nicht mehr, weil der hat sich dann nicht traut, was zu sagen beim nächsten Mal. Also das war so eine Geschichte, du musst mich eigentlich im Nachhinein entschuldigen, weil der Spruch geht nicht, er ist natürlich klassenbesser als ich, aber ich bin dann auch dann kurzzeitig später hingegangen und das macht man immer so, wenn man auch mal so ein bisschen kontert, dass man drei Minuten später wieder hingeht und sagt, ey, sorry, war nicht so gemeint, aber du weißt auch nervt ein bisschen, wenn du jetzt immer ankommst, also, ja, okay, ist okay. Also wenn du sie, du kannst sie mitnehmen, du kannst viel präventiv regeln, aber irgendwann musst du auch mal Grenzen ziehen und vielleicht in jungen Jahren vielleicht auch mal ein bisschen über der Strenge oder über dem Normalmaß der Sachlichkeit, dann musst du sie zumindest danach wieder abholen und sagen, ey, tut mir leid, war nicht so gemeint. Mario Gomez, hast du auch mal einen Spruch gedrückt, ne? Weiß ich nicht, jetzt kommt wahrscheinlich das nächste. Also das geht in die gleiche Richtung, er hat das habe ich mal gelesen, stimmt, das ging in die gleiche Richtung, aber den kannte ich halt auch gut aus vielen Spielen und dann, wenn du dich kennst, ist es auch was anderes, aber ey, was kannte ich zwar ein bisschen, aber nicht so gut, wenn so viele Eindrücke kommen, machst du auch mal zu und das ist normal und das lernst du halt, aber jetzt, je älter du wirst, desto offener bleibst du so und sagst halt so, ja komm, und wenn sie dich zum 30. Mal jetzt angehen, wieder mit einladen, wieder deeskalieren und nicht noch eine Stufe draufpacken. Was war es bei Gomez? Ging in die gleiche Richtung so. Ey, Manu, was pfeifst du wieder für Scheiß? Und er sagt, ja, du spielst auch nicht besser. Ja, okay, du hast auch recht. Er war einsichtig so, er hat auch recht. Bleiben wir mal bei dem Thema Trashtalk. Eine Frage aus der Facebook-Gruppe ist, was sagen sich die Spieler so untereinander? Oh, da geht es manchmal auch zur Sache. Da gibt es schon auch Dialoge, wo es dann richtig rappelt, aber formal ist es ja bei Gegnern wie bei eigenen Mitspielern genau das Gleiche. Es wäre eigentlich zu ahnden, sondern macht ja keiner. Und ich sage mal jetzt mit diesem, was weißt du für eine Scheiße, ist schon auch so das Derbeste, was ich in den letzten Jahren so mal gehört habe. Meistens kommen sie einfach ganz normal an. Man denkt, die maulen richtig, aber meistens kommen sie auch einfach an, ey, das ist doch kein Foul, kann nicht sein, vorhin hast du das nicht gepfiffen, jetzt das, das war keine Ecke. Es ist eigentlich viel normaler, als sich viele vorstellen in der Bundesliga. Also die Storys, die wir jetzt hier schon gerade besprochen haben, sind schon so die Highlights. Davon gibt es sicherlich noch ein paar mehr, aber jetzt auch nicht hunderte. Meistens ist das wirklich ein angenehmer, aber natürlich auch emotionaler Umgang, gerade wenn es nicht läuft oder wenn mal was Umstrittenes ist, aber alles im Rahmen. Also, dass ich wirklich beleidigt wurde. Ich weiß gar nicht, ob ich jemals eine rote Karte wegen Beleidigungen in der Bundesliga gezeigt habe. Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Kann ich mich nicht erinnern. Vielleicht ist es schon beim Alter dann doch geschuldet. Du hast jetzt zum Abschluss von Phrasemäher Folge 2 noch die ehrenvolle Aufgabe, eine Top-11 aufzustellen. Und zwar eine Top-11 von Spielern, die du auf dem Platz gesehen hast. Sprich, Spiele, die du geleitet hast. Ja, es ist immer die Königsaufgabe am Ende. Ja, das finde ich schwierig so jetzt, sage ich ganz ehrlich. Das haben schon viele gesagt. Dann nehme ich halt Spieler von Benghazi gegen Benghazi oder aus Saudi-Arabien, die kennt keiner. Nein, Spaß beiseite. Das ist jetzt auch schwer. Nach 20 Jahren würdest du ja unterschiedliche Typen miteinander vergleichen aus unterschiedlichen Zeiten. Das muss man sagen. Viele denken ja immer so, Bundesliga-Spieler sind so unglaublich lange dabei, aber die wenigsten, sage ich immer so, schaffen länger als sechs, sieben Jahre, außer jetzt von den Top-Vereinen oder wie ein Neuer oder ein Hummels oder weiß ich nicht, ein Müller. Manuel Hermann Gerland hat eine Top-F aufgestellt. Kalle Rummenigge hat eine Top-F aufgestellt. Ja, aber die sind ja auch Fußballer-Profis und die sollen das auch machen. Das ist dann deren Bereich und deren Metier so. Und dann würden mir hinterher noch welche einfallen. Kannst du doch alles machen. Ich muss sonst hier hupen. Die Top-F muss er aufstellen. Das ist Pflicht. Ich finde das unfair. Wie sollst du zum Beispiel Neuer und Kahn vergleichen? Kahn war ein überragender Torhüter, Neuer ist ein überragender Torhüter. Okay, vielleicht besser, vielleicht nicht besser. Steht mir das zu, als nicht Torwart-Experte, das zu beurteilen. Es geht ja nur um deinen Eindruck als Schiedsrichter. Ja, das ist ja immer so, dann hast du immer den letzten Eindruck. Den, der ist dann prägend und dann nimmst du ja die Mannschaft aus den letzten Jahren. Stell doch mal eine Mannschaft auf, die du gerne spielen sehen würdest. Nee, das kann ich und will ich auch nicht machen, weil wenn ich jetzt dann wirklich irgendwo nochmal tätig bin, dann würde sofort immer die Assoziation kommen. Ja, guck mal, der hat damals das gesagt zu dem und dem und dem. Nee, das ist nicht meine Baustelle. Da erzähle ich dir lieber noch einen Schwank von Auslandsreisen oder eine Anekdote. Da muss ich jetzt aber liefern. Da muss ich wirklich liefern, ja. Jetzt wollen wir alles. Kommt drauf an, lustig oder ernst oder bedenklich oder so, aber das muss man ja sagen, das will ich wirklich auch nochmal sagen. Wir starten mit lustig, ich schreibe mir das auf, dann kommt ernst und dann kommt bedenklich. Und danach überlege ich dann, ob das reicht. Okay, nein, also das war unglaublich schön irgendwie in der Bundesliga, Zweiten Liga, Regionalliga, früher im Nordosten unterwegs gewesen, zwar in Berlin, aber die Auslandsreisen waren vielleicht so ein bisschen das Salz in der Suppe und klar auch Champions-League-Spiele und Euroleague-Spiele, aber manche besondere Reise ist mir halt wirklich markant in Erinnerung geblieben und die erste große, die ich hatte, war mal in Korea. Da sind wir dann drei Wochen nach Korea gewesen, haben Spiele geleitet, aus Seoul immer losgefahren oder geflogen und da sind wir mal nach Busan gefahren und kamen dann so zeitig an, dass wir aber noch nachmittags ruhen konnten und wir kennen das ja bei uns auch, dann wird halt ein Hotel gebucht und dann hat man, weiß ich nicht, also Adeln wir jetzt hier nicht, aber gute Hotels und ich bin mit den beiden koreanischen Assistenten und dem vierten Offiziellen auf einmal auf so einen Hinterhof-Parkplatz gefahren, durch drei hintere Gassen gegangen, drei komische Treppen aufwärts, dann kamen wir in den Zimmern an und dann sagt er, hier ist dein Schlüssel und ich mache so das Zimmer auf. Da war das ein Herzchenbett und da lief erstmal ein Porno auf dem Fernseher, da war das ein Stundenhotel in Busan. Das war unser unser Nachmittagsruhehotel und Ruhe war nicht zu denken aufgrund der Nachbargeräusche, aber es ist wohl in Korea so üblich, das war ein ganz normales Hotel, aber da die Koreaner nicht so allzu früh ausziehen, sondern erst wenn sie mit Ausbildung und Studium fertig sind, nutzen die dann solche Hotels. Hast du dich reingelegt ins Bett? Ich muss sagen, ich habe mich so reingelegt, wie ich da auch angezogen war. Ich habe mich so hingelegt und dann habe ich es rechts und links vernommen und dann dachte ich so, okay, ich weiß nicht, was die anderen Jungs gemacht haben, aber irgendwann zwei Stunden später haben wir uns wieder gesehen und sind zum Spiel gefahren und ich sagte nur, was ist das denn für ein Hotel? Und dann haben sie mir den sozusagen kulturellen Hintergrund erzählt und sagte, ich konnte nicht wirklich schlafen. Und dann sind wir zu nach Busan, also ins Stadion gefahren, war ja auch, glaube ich, mal WM-Spielort. Und auf dem Rückweg sind wir noch mit dem Nachtzug zurückgefahren und dann habe ich dann noch irgendwann so ein, haben wir so Jackie Cola getrunken und ein Würstchen und Jack Daniels Cola. Jack Daniels Cola. Und dann Lieblingsgetränk von Hermann Gerland übrigens. Und von mir auch. Ja? Ja. Wollen wir Jack Daniels Cola trinken gleich, ne? Das können wir gerne machen. Oh, das machen wir. Und dann sind wir zurückgefahren und dann habe ich so eine Packung aufgerissen, so Plastik, also Würstchen und gegessen und die Assistenten grinsten die ganze Zeit so und lachten und irgendwann noch so nach einer Minute fragte ich so, was ist denn so? Und dann sagten die so, ja, warum isst du denn das Würstchen mit Plastik? Weil die hatten zwei Verpackungen. Ich dachte, das ist nur eine etwas dickere Pelle. Ja, genau. Danke. Das war mega peinlich. Das sind so Sachen aus Busan, werde ich nie vergessen. Damit hätten wir jetzt aus den Kategorien lustig, ernst und bedenklich alles erfüllt bedenklich schon mal abgehakt. Das war jedenfalls so Reisen nach Busan. Also das war auch eine schöne Zeit und ich hatte ja mal das Vergnügen nach Libyen reisen zu dürfen, als Gaddafi noch da im Amt war und dann bekommt man ja normalerweise mal so ein paar Tage vorher dann so eine Einladung. Auf einmal kamen so sieben Seiten per Fax in arabischer Schrift. Nur die Namen waren halt in unserer Schrift. Dann musstest du hier mal zu einem so Reisebüro in Berlin deinen Reisepass schicken, weil dann musste der Reisepass ins Arabisch übersetzt werden. Dann hatten wir diese Einladung, wir hatten den Reisepass übersetzt, aber wir hatten kein Visum. Dann hieß es so, das ist kein Problem, da steht, ihr seid eingeladen vom Innenministerium und so. Ja okay, dann sind wir in Tegel um sechs Uhr morgens mit der ersten Maschine losgeflogen, weil das Spiel war am nächsten Tag abends und wir mussten nach Tripolis und von Tripolis mit einer Tagesmaschine nach Benghazi. Das sind so 900 Kilometer und sollten dort das Spiel leiten, Derby Benghazi gegen Benghazi. Kennen wir jetzt ja vielleicht politisch auch so, nicht so ohne da in der Region. Dann sind wir um vier Uhr alle aufgestanden, um sechs Uhr da in Berlin. Tegel fragten die schon so, ja, was denn mit dem Visum, ja, das bekommen wir dort. Oh, Supervisor, seit hier sind doch die sieben Seiten der Reisepass, die laden uns ein, dann werden sie wohl kaum sagen, ihr dürft hier nicht rein. Dann kamen wir in Frankfurt an und Herr Schreiber von der Lufthansa, werde ich nie vergessen, das war der Flight Intendent damals, der hat dann gesagt, ja, ihr kommt aber nicht mit. Das Visum fehlt und da steht nur Boarding. Da steht nicht Boarding, ist okay in der Buchung. Die Maschine ging dann weg, wir diskutierten noch eine halbe Stunde, aber die Maschine rollte irgendwann weg, stand eine Stunde auf dem Flugfeld. Wir haben mit der libyschen Botschaft hier telefoniert. Ja, der wollte nicht. Der hat gesagt, fehlt, fehlt. Ja, wir können die Landerechte verlieren, wir zahlen Strafe. Was hat da la Quatsch? Wir waren ja extra eingeladen von denen. Dadurch war aber diese Maschine weg, wir sollten über Tunesien, Algerien mit dem Bus über die Grenze, habe ich gesagt, also ich mache wirklich vieles mit, aber die wollten unbedingt, dass wir kommen. Aber wenn ich irgendwo an der libysch-sonstigen Grenze stehe, sage ich, ich bin der Schiri für ein Spiel in Benghazi, dann sagen die auch, ist klar. Und da habe ich gesagt, das mache ich nicht. Und dann wollten die aber unbedingt, haben gesagt, okay, dann fliegst du am nächsten Tag. Mannschaften dir entgegen. Da habe ich gesagt, hä, wie kommen wir entgegen? Ja, die wollen unbedingt, dass du das Spiel machst. Ja, ihr fliegt bis Tripolis, dann seid ihr um 12, 13 Uhr da und dann fahrt ihr noch zwei Kilometer bis in Masrata und die Mannschaften kommen 700 Kilometer euch entgegen. Und für die 200 Kilometer haben wir alleine schon fünf oder sechs Stunden gebraucht, weil das sind nicht deutsche Straßen. Was hast du denen denn vorher erzählt, wer du bist? Nee, ich niemanden. Der Volker Roth wollte das so und der libysche Verband wollte das unbedingt, weil das so ein heißes Spiel war. Politisch auch nicht einfach, die Roten gegen die Grünen oder so, keine Ahnung, so habe ich es in Erinnerung. Und dann sind wir wirklich am nächsten Tag erst geflogen, haben dann noch uns Karten geholt für Frankfurt-Bayern. Da war das Pokalspiel, glaube ich, oder Ligaspiel, haben wir uns abends angeschaut, war noch schön essen und sind da am nächsten Tag geflogen. Dann sind wirklich die Mannschaften 700 Kilometer über Nacht mit dem Bus gefahren. Ich habe noch nie zwei Mannschaften gesehen, die schon vor dem Spiel so einen Hals auf mich hatten. Aber auch absolut nachvollziehbar. Absolut nachvollziehbar. Also muss man sich vorstellen, irgendwie so Hamburg gegen Pauli und Felix Brüch kommt aus München, schafft es aber nicht, aber ist Hamburg und dann müssen die in Nürnberg spielen. Und die beiden Mannschaften müssen über Nacht mit dem Bus bis Nürnberg anreisen. Das muss man sich mal vorstellen. Und wäre das bei dem Selbstverständnis von Felix Brüch nicht vielleicht normal? Böse, böse, Kai. Das war eine Frage. Böse. Das war ein Fragezeichen. Keine Antwort. Nein, Spaß. Das sind so Anekdoten und dann sind wir halt dann zum Spiel gekommen und da hatte ich nach, glaube ich, zehn Minuten vier oder fünf gelbe Karten und dachte ich irgendwann, okay, du musst so deinen Rahmen total verschieben. Weil die haben sich vom Ball gestellt, da hast du ja angesprochen, hat er sich wieder vom Ball gestellt, das Gelbe gegeben und eigentlich jetzt beim dritten Mal ihn rausschmeißen müssen. Immer waren die gleiche Spieler. Da habe ich mir gedacht, okay, die haben ja nicht den Anspruch, so wie du in Europa zu pfeifen und zu leiten. Die machen es halt, dann ignorierst du es halt. Also man muss sich auch anpassen. Also das Regelwerk ist immer gleich, aber die Auslegung ist halt nur unterschiedlich. Von der Kreisliga bis zur Bundesliga. Die technischen Vorgaben sind immer gleich, aber die Auslegung ist einander. Und da haben dann nach dem Tor, nach dem Anschluss hatten der Stürmer und der Keeper sich fast gewürgt, so rangelten miteinander und da wollte ich schon hin und dachte, was machst du denn jetzt? Gib oder rot. Dann gaben die sich Küsschen rechts und Küsschen links und sagten, okay, Ref, okay, Ref und dann war es das. Und da habe ich gesagt, na, okay, komm, wenn ihr euch hier alle so einigt, wollte keiner was von uns. Und dann habe ich nur eine rote Karte gegeben nach Schlussfeld, weil einer dem anderen die Faust ins Gesicht geschlagen hat. Da musste ich dann doch mal rot geben. Das ist so meine Erinnerung an Benghazi und so gibt es halt noch viele andere. So gibt es Saudi-Arabien, wo wir uns an den Pool gelegt haben bei 50 Grad oder die Einzigen, aber haben nach einer Minute gemerkt, keine gute Idee, sind wir wieder aufs Himmel gegangen, weil es so schweineheiß war. Es gibt wirklich viele schöne Anekdoten und letzte vielleicht davon von den Kleinen war Israel mal so. Was heißt denn von den Kleinen? Naja, sozusagen von den Kurzen. Du hast ja schon gesagt, letzte Frage. Nein, du kannst weitererzählen. In jeden Fall war das so. Ich will jetzt gleich erstmal einen Jack Daniels Cola und dann stoßen wir hier auf. In jeden Fall war das so. Israel war ich nur kurz vorher gerade in Saudi-Arabien und eigentlich kommst du mit dem Reisepass aus den gestempelten Reisepass aus Saudi-Arabien nicht mehr nach Israel, jedenfalls nicht ohne Probleme. Aber ich war im Rahmen des Memorandums da. Als erster deutscher Schiedsrichter durfte ich Ligaspieler pfeifen. War auch ein tolles Erlebnis. Und dann holte mich Mr. Tofi, das ist so der Beckenbauer, glaube ich, das israelische Fußball ab, hatte irgendwelche Sonderschlösser. Wir gingen durch den Flughafen Tel Aviv irgendwie an allen Kontrollen vorbei und kamen gleich beim Zoll an, bei der Passkontrolle. Und dann sagte der von der Passkontrolle, der unterhielt sich mit dem und so, er hatte mein Spiel in Bayern gegen irgendwie andere und super gepfiffen. Und dann sah er den Reisepass und blätterte und irgendwann stockte er. Dann nahm er sein Telefonhörer in die Hand und dann kam der Chef der Grenzbeamten sozusagen. Dann quatschten die ein bisschen und sagten, ja, du hast hier einen Stempel aus Saudi-Arabien oder Libyen noch mit drin. Dann habe ich gesagt, ja, aber Sport verbindet noch. Das finde ich wirklich. Viele haben deshalb bei internationalen Spielen zwei Reisepässe. Wenn sie entweder in arabische Länder fliegen oder eben auch mal in Länder, wo das ein bisschen komplizierter ist, dass man das nicht vermischt, dass man da keine Probleme bekommt. Da habe ich gesagt, Sport verbindet. Deshalb bin ich ja auch hier im Rahmen des Memorandums. Das ist doch schön, wenn wir jetzt alle miteinander gesellschaftlich Zeichen setzen können. Und deshalb war ich für den Sport, für ein Spiel dort und jetzt bin ich für ein Spiel hier. Sagt er, ja, ist gut, alles gut. Okay, dann viel Spaß und willst du einen israelischen Stempel haben? Da habe ich gesagt, ja, gerne und zwar gegenüber von dem saudi-arabischen. Weil ich glaube, es gibt nicht so oft so die Kombination. Das fand ich irgendwie eine coole Erinnerung. Den Reisepass habe ich auch noch. So habe ich mir entstempeln lassen. Also insofern, ich habe diese Reisen wirklich sehr gerne gemacht. Egal, wo ich war. Das war wirklich immer beeindruckend. Also das hat wirklich viel, viel Spaß gemacht. Manchmal mehr als ein Punktspiel international. Aber das waren schöne Reisen. Das werde ich nie vergessen. Und das meine ich eben auch, das steht auch in der Schiedsrichterei. Also es ist auch lohnenswert, Schiedsrichter zu werden. Man lernt unglaublich viel für die eigene Persönlichkeit, für ein Konfliktmanagement, sich mit anderen Menschen auseinanderzusetzen, in einer gewissen Form auch gelassener zu werden. Und es gab viele, viele, viele schöne Erlebnisse, muss ich echt sagen. Aber der andere politische Part ist halt nur ein Teil davon und eigentlich im Verhältnis dazu ein untergeordneter, ein unwichtiger Part. Zwar für die Medien und die Öffentlichkeit wirksamer und natürlich auch etwas, an dem man arbeiten muss. Aber das Positive steht über allem. Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort. Und ich habe noch eine Frage. Du hast nie eine EM gepfiffen, nie eine WM gepfiffen. Ist es für dich okay? Oder sagst du, nee, eigentlich ist meine Karriere so ein bisschen unvollendet? Nee, das ist absolut okay. Also das wusste ich schon vor 15 Jahren. Damals wurde es schon festgelegt, dass Felix Brüch seinen Weg geht international. Er war zwei Jahre jünger und zwei Jahre weiter. Auch da gibt es lustige Geschichten und Enekdoten eigentlich zu erzählen. Aber es war früh festgelegt und damit wusste ich das. Und deshalb habe ich eben auch im Gegensatz zu ihm, er hat alles dann in dieser Schiedsrichter-Karriere untergeordnet, beruflich, privat. Ich habe halt vier Kinder inzwischen und habe einen Job, habe das halt immer professionell irgendwie mit hohem Anspruch versehen betrieben. Aber es gab bei mir nicht nur die Schiedssterei. Und deshalb ist das auch absolut okay, weil er hat letztendlich dafür mehr leisten müssen und mehr tun müssen, um dann auch das Ziel zu erreichen. Und das hat er auch erreicht und auch verdient erreicht. Ich hätte mal eine EM gerne gepfiffen, glaube ich, so aus sportlichen Gesichtspunkten. Das halte ich für sportlich den interessanteren Wettbewerb. Aber grundsätzlich fehlt mir das überhaupt nicht, weil ich hätte gewusst, was für ein Aufwand das ist. Und wenn man ehrlich ist, weiß ich nicht, ob die Sette überbewerkstelligen können, muss man fairerweise sagen. Insofern ist das wirklich, ich bin rundherum zufrieden, total glücklich. Auch jetzt mit dem Ende. Ich danke nochmal allen Spielern, Trainern und Manager, was die gemacht haben. Auch heute wieder was für Worte, die Journalisten wie Wolf Huß, also wer sich heute alles geäußert hat. Das ist eine schöne Anerkennung für viele Jahre, wo ich auch versucht habe, mit was zu bewegen, versucht habe, meinen Job zu machen. Und sie zahlen es mir wirklich zurück. Und das ist sehr, sehr nett, dass der Ausgleich für die ein oder andere politische Schwierigkeit, so will ich es mal formulieren. Dann trinken wir jetzt einen kleinen Kohler-Whisky. Wird jetzt, glaube ich, zu so einer kleinen Phrasenmäher-Tradition. Für 10 Uhr ist das mutig. Nein, Spaß beiseite. Wir haben schon Abend. Und es gibt zum Abschied noch ein echtes Highlight, denn da wir gerade über internationale Spiele geredet haben, über Reisen geredet haben, es gibt noch eine Sprachnachricht, und zwar aus Argentinien. Von wem könnte die sein? Ah, David. David Abraham, mit dem du das Trikot getauscht hast bei seinem letzten Bundesligaspiel. Und er stellt diese Frage sogar auf Deutsch. Für dich. Schön. Hallo, lieber Manuel. Was hast du mit meinem Trikot gemacht? Liebe Grüße von Argentinien. Ich habe ja wirklich viele auch im letzten Jahr bekommen und nicht immer alle auf dem Feld, sondern es kamen viele Spiele auch so an und sagten, Manuel, gib mir mal bitte dein Chiri-Trikot, du kriegst auch meins. Ich habe so viele noch in dem letzten Jahr bekommen. So, glaube ich, weil alle merken so, okay, es könnte auch wirklich zu Ende gehen. Und Chiri-Trikots haben sie, glaube ich, auch nicht. Von ein oder anderen Spielern wird der ein oder andere auch was haben. Insofern ging mein Trikotvorrat auch langsam zur Neige. Wir haben ja doch viele Trikots, aber langsam ging er zur Neige, obwohl er jetzt über mehrere Songs gesammelt zu der Serie. Einmal musste ich auch eins nachbestellen, nämlich nach eben jenem Frankfurt-Spiel musste ich mal in Frankfurt bei Susan Koch in der Zentralverwaltung. Vielen Dank übrigens an Susan, die viele Jahre einen super Job gemacht hat. Habe ich mich an sie gewandt per mehr, habe gesagt, ich weiß auch nicht, irgendwie habe ich mir ein Trikot in Frankfurt verlegt. Könntest du mir netterweise noch mal ein hellblaues schicken? Das hat sie auch gemacht. Und seins ist jetzt erstmal wie bei den anderen gut sortiert, aber ich werde mir das, glaube ich, nochmal in so einem Kellerraum, der bei mir so ein Fitnessraum ist, werde ich mir das nochmal so jetzt präparieren und aufbereiten, vielleicht noch ein paar Bilderchen als schöne Erinnerungen für eine schöne Zeit. Was für Trikots hast du dann noch? Viele, wirklich viele. Also es kam eigentlich in jedem Spiel jemand. Es gab sogar Spieler, die noch ein Autogramm von mir haben wollten und gelb-rote Karten und so. Nein, keine Namen, was in der Kabine besprochen wird, bleibt auch in der Kabine. Und das war eine nette Anerkennung und schöne Zeit und bin denen sehr zu Dank verpflichtet für viele schöne Jahre und viele schöne Erlebnisse und jetzt eben auch für die Äußerungen, die sie alle getätigt haben, inklusive heute. Also es war schon ein außergewöhnlicher Support. Was in der Kabine gesprochen wird, bleibt in der Kabine. Das ist ein bisschen Schiedsrichter ist immer noch in dir, Ein bisschen zu viel eigentlich. Ne, das ist schon auch Fußballer-Kodex, ne? Ja, aber im Phrasenmäher. War das nicht gestern Abend auch so? Im Phrasenmäher ist das eigentlich alles ganz anders. Ich sage danke. Es sei dir verziehen, dass du die Top-Elf nicht aufgestellt hast. Dafür hast du schöne Anerkennung bekommen. Ja, ist okay. Also, Prost. Prost. Vielen Dank. Das war eine tolle Produktion. Alles Gute für deine Zukunft. Ich bin sicher, wir werden noch voneinander hören. Danke. Danke, Manuel Gräfe. Dankeschön. Schmeckt. Das ist echt ein geiler Typ, dieser Manuel Gräfe, oder? Ich fand es unfassbar. Mir hat es total viel Spaß gemacht und ich bedanke mich, klar, bei Manuel Gräfe und vor allen Dingen bei dir fürs Zuhören. Danke, dass du reingehört hast in den Phrasenmäher und ich bedanke mich auch bei ganz vielen Kollegen und Kolleginnen für die Unterstützung bei dieser Produktion. Da sind unter anderem von BILD dabei Ulrika Sickenberger, Christian Kitsch, Dirk Krümpelmann, Babak Milani, Philipp Ahrens, Jörg Weiler und ich bedanke mich natürlich auch bei den beiden besten Podcast-Produzenten Berlins. Das sind Daniel Sprügel und Simon Wimmeler von Maniac Studios, die mal wieder mit dabei waren und mal wieder ein geiles Produkt geliefert haben. Hier im Phrasenmäherland, da geht es schon bald weiter, damit du sofort eine Nachricht bekommst, sobald die nächste, die frische Folge für dich fertig ist, abonniere den Phrasenmäher am besten kurz eben in deiner Podcast-App. Ich freue mich drauf, wenn du wieder reinhörst und ich freue mich drauf, wenn wir dann wieder eine geile, entspannte Zeit haben, hier im Phrasenmäherland.